Ja, sorry. Ich hab dann jetzt gestartet. Ja. Okay, cool. So. Und ich hab ins Spiel geswitcht. Yay, ich auch. Oh mein Gott, mein Stream sieht auf einmal nicht mehr so verpixelt aus. Wie kommt das bloß? Internet. Oh, man kann sich ein Porno bei uns wählen. Ich hab mir schon gedacht, dass sich die Barteinstellungen freuen werden. Ja, es gibt aber irgendwie... Ach nee, das ist nur Voreinstellung des Gesichts. Okay. Schuh. So, ich lass mich dann überraschen. Oder wie soll das aussehen? Äh, wie du lässt dich überraschen? Wovon? Äh, wie du aussiehst. Ach so, ja. Ich würd jetzt auch nicht so ne Überras... Nein, das war der falsche Knopf. Äh, nicht so ne Überraschung. Will you marry me? Fuck, I need some food. Okay. Oh ja, ich mach keine Augenbrauen. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus. Schön Lord Voldemort unterwegs. Ja, ich hab leider nicht die Option, die Nase wegzumachen. Oh. Ja, das ist schon traurig, oder? Ja, geht gar nicht. Hm. So, Heterochromatie. Schalten wir ein. Das ist cool. Oh ja, ein blindes Auge. Oh, wow. Okay. Wieso? Oh, äh, nö so. Oh, man kann Narben machen. Ich glaub, ich lass meinen Charakter so. Den Namen behalte ich auch. Oh, meine alten Haare kann man hier auswählen. Boah, sieht das ohne Augenbrauen kacke aus. Ja, ne? Oh. Boah, so einen schönen Schnorri. Mhm, schönen Porno-Balken. Naja, so eine Schnodderbremse halt, ne? Mhm. Es passt halt auch ultra gut bei dir mit der Narbe, ne? Und dann mit dem blinden Auge. Ja, find ich auch. Und vor allem die Narbe hab ich... Es passt halt mega gut. Die Narbe hab ich, glaub ich, auch im Echten. Ah, nicht ganz. Wieso glaubst du, dass du so ne fette Narbe im Gesicht hast und weißt es nicht? Ja, weil man die nicht sieht, weil da die Augenbrauen drüber liegen. Achso. Da hab ich ne Bierflasche gegen den Kopf gekriegt. Ich frag einfach nicht, okay? Jo, alles gut. Sag mal, kommt hier ins Spiel rein und stöhnt erst mal rum. Hm. Wie das aussieht... Guck mal, wie du... Wenn du dich umdrehst, warte. 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 Warte, ich... Ich muss wieder... ...verzauern. Es sieht halt echt einfach kacke aus, ne? Ach Gott. Irgendwie leckt das bei mir. Gut, dass Discord den Sound, den ich gerade gemacht hab, überhaupt nicht aufgezeichnet hat. Perfekt. Äh, äh... Gut oder negativ? Das ist... Nö. Das weiß nur mein Stream. Ach gut. Achso, äh... Ja, wir müssen übrigens mit Sedowind quatschen. Was? Okay. Das Tutorial ist aufgeploppt. Du wurdest von deinem Fenster erschlagen, ich seh schon. Ja. Beim ersten Mal, als ich diese Map gespielt hab, hab ich übrigens aus Versehen das Holzrad gestohlen, weil ich den Stein aufsammeln wollte. Das war ein bisschen ungünstig. Da hab ich direkt Gunst verloren. Finde ich auch. Ja, fand ich jetzt nicht so lustig. Ähm, wo haben wir den Gutsten denn? Hier hinten. Du hast so eine schöne Erzählerstimme. Du willst... Hallo, kannst mal aufstehen. Weißt du, komm, fangen wir an. Sitzt du schon auf der faulen Haut? Ähm. Du darfst liebend gern vorlesen, was er zu sagen hat. Oh, nö. Oh, doch. Willowillen. Oh Gott. So, ähm, ach so. Wenn wir gleichzeitig in einen Charakter reingucken und so mit dem Quatschen... Also, ich kann da jetzt nichts auswählen von den Optionen. Ich seh aber, was du gerade auswählst, weil ich als zweites in den Charakter reingegangen bin. Genau. Ah, okay. Dann, warte mal eben. Oh, wir können nicht mehr aus dem Charakter rausgehen. No. Nein, nein, deswegen mach du ruhig. Das ist schon okay. Äh, ich hätte jetzt nämlich gesagt, wir stellen uns eher so hin, dass du den auch von vorne anguckst, weil jetzt ist das bei dir im Stream ja echt, hm. Ach, von vorne sehe ich auch nichts Besseres. Ich hoffe, ich nerv dich nicht. Womit denn? Na, guck dir die Auswahl an. Ich weiß. So. Oh, du lebst und du siehst sogar recht beweglich aus. Das ist überraschend. Du klingst beinahe enttäuscht. Ist das gut. Das bin ich nicht. Ich hatte meine Pläne, nach deinem Ableben etwas in deinen Innereien herumzustochern. Aus reiner Neugierde natürlich. Aber ich froh, Alter, ich bin froh, dich wieder beim Bewusstsein und auf dem Bein zu sehen. Ist der so ein bisschen nekrophil? Nein, das ist ein Mediziner durch und durch. Ah, okay. Kennst du das Video aus England? Hallo, mein Name ist Bob, der Necromancer. Und heute machen wir ein Unboxing. Und dann geht er mit so einem Speer, äh, mit einer Schaufel in so ein Grab rein. Das ist... Nein, das kenne ich nicht. Daran musste ich gerade denken. Oh mein Gott. Und vor allem diese Begeisterung in seinem Gesicht und seine Haare glänzend. Egal. So. Aber wenn du den schon magst, der nächste wird lustiger. Okay. Ich bin definitiv auch froh, beides wieder zu sein. Was? Ah, auf dem Bein und bewusst zu sein. Okay. Wer wäre das nicht? Ich trauere sicher nicht den Tagen hinterher, an denen ich deinen Eimer ausleeren musste. Und seien wir ehrlich, du hast es ohnehin fast liebes zum Eimer geschafft. Sagt der uns gerade, wir haben uns eingekackt und in den Eimer gekackt? Ja. Ja, super. Ja, toll, ne? Sicher, beschäme ich auch noch dafür, dass es mir schlecht ging, nachdem ich verletzt wurde. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Zedowin und ich bin der Bader und Wundarzt hier. Zumindest nennen mich die Leute so. Ursprünglich hatte ich eigentlich kein sonderliches Interesse an der Heilkunst. Aber ich nehme an, ich war am Ende einfach derjenige, der am wenigsten gezögert hat, nach einer Axt zu greifen, als es nötig wurde. So ist das in Oxbow. Es ist egal, wer du vorher warst. Es seht nur noch, was das Land mit dir vorhat. Du wirst sehen. Gott. Alter, wie viel ist denn das? Aber bevor ich noch mehr deiner Fragen beantworten kann, sollte ich dich mir genauer ansehen. Wir müssen sicher gehen, dass jeder Teil von dir richtig heilt. Fangen wir damit an, dass du mir sagst, was das Letzte ist, an das du dich erinnern kannst. Daran, dass ich einem Haus in der Nähe aufgewacht bin, ich erinnere mich an nichts sonst. Das war so ein bisschen die Vorgeschichte, die wir geskippt haben. Oh. Super. Ich war der Anführer einer Wache, der den Tross von Baumeistern und Handwerkern beschützen sollte. Wir wurden angegriffen. Gibt es hier irgendwas peinliches? Der Wagen tross der Gilde war auf dem Weg nach Oxbow, doch auf dem Weg dorthin wurde er von Wegelagerern überfallen. Ich wurde unrechtmäßig gefangen genommen und gegen meinen Willen an den Höchstbietenden verkauft. Während ich weiter transportiert wurde, schlugen Wegelagerer zu. Das war das, was in der Startsequenz zu sehen war. Ah, okay. Oder vielleicht auch das... Okay. Ich bin nur ein gewöhnlicher Dieb. Ich schwöre, ich habe nie jemanden verletzt, aber eines Tages schnappten sie mich und steckten mich in einen Käfig. Ich sollte als Arbeiter meine Schulden abbezahlen und dann begann das Massaker. Ich finde das super. Die Flammen und die Schreie. Ich weiß nicht, was davon nicht mehr quälen. Okay. Ich erwarte meine Erdenthauptung. Dieser fette Bastard... Als dieser fette Bastard auftauchte und sagte, er hätte entschieden, ich sollte mich stattdessen zu Tode arbeiten. Also sperrten sie mich ein wie Vieh und schickten mich quer durchs Land. Aber am Ende waren sie es, die geschlachtet wurden. Ich soll eine Nachricht überbringen. Das ist das Letzte, was sie gesagt bekommt, bevor sie... oder er... bevor er ohnmächtig wurde in der Sequenz. Ah. Ich finde das mit den... die Flammen und die Schreie. So, was willst du nehmen? Ich würde das mit den Flammen und Schreien nehmen. Okay. Ich weiß, es könnte schmerzen, aber versuch dich auf diese Erinnerung zu konzentrieren. An... was erinnerst du dich noch? Klirren von Metall, Rauch, der Geruch von Blut, frisches, warmes Blut. Es war ein Massaker. Das war es. Entschuldige, dass ich dich dazu gedrängt habe. Ich wollte nur sehen, ob dein Verstand zu heilen beginnt. Wir haben den Schauplatz gesehen. Wir wissen, was passiert ist. Das war der doch garantiert selbst, oder? Nee, nee. Und was nun? Das kann ich nicht entscheiden. Du scheinst in guter körperlicher Verfassung zu sein. Leider gibt es nichts, das ich gegen deine verlorenen Erinnerungen tun kann. Sie könnten möglicherweise von selbst zurückkommen. Gib dir nur etwas Zeit. Wenn du möchtest, können wir eine kurze Übung versuchen, die vielleicht zumindest einen Teil deiner Erinnerungen deiner Muskeln zurückbringt. Komplett planlos rein oder ein bisschen Tutorial? Das ist mir ganz egal. Also, ähm, das ist nur, sammle dies, äh, crafte das. Nee, das brauchen wir nicht. Planlos ist immer gut. Nicht nötig, ich komme zurecht. Hm? Wir hören Schaden. Wenn es das ist, was du willst, äh, was deine nächsten Schritte angeht, sprich mit Miro-Gott. Er ist der Kastelladen hier in der Gegend. Und möchte dich sehen. Pass auf dich auf. Nettes Kerlchen. Siehst du gleich. Ganz nettes Kerlchen, wirklich. So, aber... Ach nee, das kommt gleich erst. Okay, gut. Dann auf zum Kastelladen. Warte, ich kann auch eben... Das müsste eigentlich gehen. Weil wir wollen ja nicht ganz mit leeren Händen hier rausgehen, richtig? Ja, aber möchtest du dich erklären? Warum? Hm? Jetzt weiß ich, woher ich diese psychiatrischen Anfälle habe. Nach Blut und Metall und Rauch und... Was? Was? Ich habe gehört, wenn wir zu einem Kastelladen kommen. Nicht, nicht, nicht bummeln. Du sollst den anquatschen und dich nicht daneben setzen. Ich dachte, man kann sich jetzt mit dem unterhalten. Und das ist so eine weirde Buggy-Geschichte. Nein. Oh, es hat fast ge... Ja! Geht das? Willst du Spiegeleier machen, oder? Nee, ich wollte den eigentlich in der Bug-Position ansprechen. Und ich habe mir für heute extra Mittelalter-Musik rausgesucht. Ja, es geht. Okay, kannst machen. Das sieht bei dir auch so gut aus. Er unterhält sich mit dem Baum. Ja, das sieht echt so aus. Oh ja, das stimmt sogar. Hör auf, mich zu belästigen. Siehst du nicht, dass ich... Oh, du bist es. Du hast dir Zeit gelassen. Guten Tag, mein Herr. Wie du gewünscht hast, bin ich hier. Wir nehmen das. Was willst du von mir? Null Respekt für Autorität. Weniger reden, mehr zuhören, Bauer. Meine Zeit ist kostbar, pass auf. In der Vereinbarung mit deiner Gilde ging es um einen ganzen Tross. Baumeister, Handwerker, Architekten, Unmengen an Material. Alles, was zur Erschaffung einer neuen Siedlung benötigt wird. Das Einzige, das ich stattdessen bekommen habe, bist du. Ich gehöre nicht mal zu. Ich bin noch nicht fertig mit reden. Also, weil deine Leute beschlossen haben, sich überfallen und abschlachten zu lassen, wollen deine Freunde in der Gilde nichts und niemanden mehr schicken. Das ist nicht, was wir vereinbart haben. Doch ich bin zu müde und zu beschäftigt, um zu versuchen, ihnen Vernunft einzureden. Also, wirst du genügen müssen. Wenn ich den so reden höre, kann ich verstehen, warum sich die Gilde vorher hat abschlachten lassen. Äh, ja. Genügen für was? Um die neue Siedlung zu errichten, natürlich. Oh ja, nimm das Erste. Das wird lustig. Danach kannst du eine viel sarkastischere Antwort nehmen. Oh, geil. Ach, da hast du sicher. Ein Kinderspiel. Das höre ich gerne, aber wenn nichts, nicht im geringsten an deinen, was? Auch wenn ich nicht im geringsten an deinen Erfolg glaube, immerhin bekomme ich hier endlich ein wenig Begeisterung zu hören. Ich brauche nur ein paar Kleinigkeiten. Ein paar Arbeiter, vielleicht einen Lehrling, einen Koch. Nichts davon wirst du bekommen und du kannst dankbar dafür sein, dass wir nichts für deine Behandlung und Genesungszeit verlangen. Auch wenn ich die Einfältigkeit bewundere, mit der du gefragt hast. Jetzt geh und finde... Derwan, er ist mein Quartiermeister. Solltest du etwas brauchen, belästige ihn damit nicht mich. Äh, das werde ich. Äh, einfach das Gespräch bitten. Ja. Das hätte ich beinahe vergessen. Ähm, hiermit gewähre ich dir das Blablabla. Du kannst nun auf jeden unbewohnten Stück Land zu bauen beginnen, das dir gefällt. Vergess nur die Steuern nicht. Nettes Kerlchen, oder? Ja, sehr nett. Äh, Parcours. Oh Gott. So. Ruckelt das bei dir auch so ein bisschen? Überhaupt nicht, nein. Sarkasmus? Äh, nein, ernsthaft. Okay. Ähm. Also. Ich habe eine Idee, wo wir bauen könnten. Und zwar ausnahmsweise mal nicht am Gronkh und Tobi Spot. Sondern an einem anderen, der ganz nett ist. Okay. Und zwar, wenn du die Karte öffnest. Ja. Äh, wenn ich da jetzt eine Markierung setze, solltest du das eigentlich sehen können. Ja. Ja. Weil da ist eine Mine und auf der Insel, also wir können quasi eine Brücke zu der Insel bauen. Und da ist dann, ich glaube auch noch eine Ruine. Und weiter oben ist Lehm. Also da haben wir alles so ein bisschen beieinander. Ja. Sah ganz schick aus. Alter, was ist das für ein Sound? Dankeschön. Hier liegt eine Taube. Du hattest ein Messer, ne? Wo liegt denn hier eine Taube? Da unten, genau unter dir. Was? Nein, hier liegt keine Taube. Ähm. Bei mir liegt da keine Taube. Okay. Und du hast recht. Aber schön, dass wir in der Kloake rumhüpfen. So, auf zu der Wahn. Äh, da hinten. Fühlt man sich gleich wie zu Hause. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Das ist nicht der Richtige. Wo laufen wir denn? Ach, wir müssen ja noch zu jemandem hin. Ja. Heißt der jetzt Werwan oder Derwan? Derwan. Ich bin froh, dich wieder bei guter Gesundheit zu sehen. Ich bin Derwan. Pistovios Quartiermeister. Oh, der Kastellan hat mich geschickt. Ich verstehe. Erlaube mir, deine Situation ein wenig genauer zu erläutern. Unser Herrscher tendiert dazu, mitunter ein wenig kurz angebunden zu sein. Äh. Ja, ach was? Wirklich? Das ist milder ausgedrückt. Nun, deine Gilde wurde in Oxbow eingeladen, um eine neue Siedlung zu gründen, die sich mit der Zeit zu einem starken Verbündeten Pistovios entwickeln könnte. So viel habe ich verstanden. Du wirst dich wahrscheinlich fragen, wofür braucht Pistovios einen solchen Verbündeten oder was bedeutet es wirklich, ihr Verbündeter zu sein? Diese Fragen sind schwer zu beantworten. Keine Frage. Manch würde sogar sagen, gefährlich zu stellen. Was versuchst du mir zu sagen? Entschuldige, vergiss, was ich gesagt habe. Ich wollte mich damit nicht andeuten, dass du dich in irgendeiner Gefahr befindest. Der Oxbow ist ein wunderbarer Ort. Abgesehen von hungrigen Wölfen und dem ein oder anderen betrunkenen Abenteuer, der zum Geschätzlosen geworden ist, hast du nichts zu befürchten. Sei nur vorsichtig, wenn du dein Vertrauen schenkst. Ach, wem du dein Vertrauen schenkst. Soll das eine Drohung sein? Sagen wir einfach, nicht jedes Dorf in Oxbow hat ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn. Ein Freund an einem Ort mag dir einen Feind im nächsten schaffen. Nicht jedes Lächeln, das dir begegnet, wird aufrichtig sein. Menschen werden von Macht angezogen und das lässt sich womöglich leicht ihrer Menschlichkeit vergessen. Keine Sorge, ich kann auf mich aufpassen. Gut, gut. Während du dich mit dem Kostellan unterhalten hast, habe ich ein paar Dinge in der Kiste neben Sildowins Krankenhaus für dich bereitgelegt. Es ist nicht viel. Ein wenig Gegenstände, die wir noch den Gemetzel bären konnten. Und ein paar nützliche Dinge, die dir den Anfang erleichtern werden. Oh, zu schnell weggeklickt, verdammt. So, woher kriegen wir jetzt rum? Ähm, du kannst welchen kaufen. Aber vielleicht sollten wir uns das Geld lieber erstmal für die Steuern aufheben. Steuern, was sehen wir uns gern? So, ich nehme mir hier jetzt erstmal... Da stand gerade Diebstahl. Nein, bei dem hier nicht. Nicht bei der Truhe. Ah, okay. Bei mir steht hier nur Stein. Ja, weil ich gerade in der Truhe drin bin und du dann da nicht dran kannst. Äh, du kannst die Kupferachs haben. Ich habe mir gerade eine Steinaxt gemacht. Den Kupfer haben wir... Achso, davon sind zwei da. Davon sind zwei da. Oh, das Spiel ist intelligent. Die Pfeile und den Bogen nehme ich. Was? Ich sagte, das Spiel ist intelligent. Oh, äh... Ähm... Ja, was? Tobi und Gronkh haben sich gestern ein wenig über das Spiel aufgeregt. Oh. Weil mit dem neuen Update hast du ja jetzt die Möglichkeit, ähm... Wie heißt das gleich noch? Dass du, äh, für jede Jahreszeit einstellen kannst, was wie funktioniert. Ja. Äh, du kannst aber nicht alles auswählen. Oh mein Gott. Wie nicht alles auswählen? Ja, das heißt, du willst für alle Jahreszeiten immer Korn anbauen? Das geht nicht. Sondern du musst das bei jeder einzelnen Jahreszeit einstellen. Achso. Ja. Das ist, äh... Hallo, Bü. Ähm... Da habe ich mich heute auch schon... War das heute mit jemandem? Doch, heute mit jemandem drüber unterhalten. Ähm... Vielleicht werden die irgendwann so eine Copy-Paste-Funktion einführen. Ah, okay. Warte mal. Ich muss mal eben... Also. Das einzige Ding war an der Baustelle, also an der... An dem Ort, wo wir bauen können... Fuck, ich habe vergessen, wie ich den Satz bilden wollte. Da sind Wölfe. Wir müssen aufpassen. Das wollte ich sagen. Ah. Ja. Ich glaube übrigens, weil du in dem... Äh... Dingses-Menü drinne warst... Ist die Zeit weitergelaufen? Oder ist es jetzt... Tag? Nacht? Morgen? Ja, es wird gerade... Es wird gerade dunkel. Ähm... Was wir aber schon mal machen können, weil wir brauchen Dynastie-Reputation, damit wir... Äh... Neue Bewohner rekrutieren können. Wir können mal gucken, ob hier gerade irgendwas ist, was wir schon auf Anhieb machen können. Also von den Aufgaben. Und hier hinten ist irgendwo ein Ausrufezeichen. Wo ist denn das Ausrufezeichen? Es ist außerhalb der Stadt. Vergiss, was ich gesagt habe. Okidoki. Okidoki. Ähm... Hier ist übrigens die Taverne, falls du was zu saufen haben willst. Doch, erstmal nicht. Ich muss noch nüchtern bleiben. Bist ihr sicher? Oh, ich hab den fast geschlagen. Ja. Oh Gott. Fackel. Hm. Das können wir später machen. Am Wasserfall? Äh... Ne. Ich hab tatsächlich dieses Mal eine andere Location rausgesucht. Und zwar hier oben. Ähm... Weil da ist auch eine Mine und hier kann man dann eine Brücke zu der Insel rüber bauen. Äh... Da hab ich gedacht, dass das vielleicht gar nicht so doof wäre. Wenn man mal was anderes ausprobiert. Aber die am Wasserfall, die war schon ziemlich cool. Einzig Doofe ist, dass da weder eine Angelstelle ist, noch dass du da baden gehen kannst. Also du brauchst immer die Badewanne. Um dich sauber zu machen. Und das passiert sehr schnell. Und wenn du dreckig bist, wollen die Dorfbewohner halt nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja, ich auch. Ich hab da nur mal, äh... Nur mal auf dieser interaktiven Karte geschaut. Wie das, äh... Wie das da ausschaut. Und, ähm... Bin gespannt, wie es wird. Oh, hier kann man Kaninchen, ja. Das ist richtig. Und wir haben am Anfang sehr, sehr, sehr wenig Ausdauer. Und vor allem wenig, was wir tragen können. Das Ding ist, wir laufen gleich voll durch das Gebiet von den Wölfen durch. Ähm... Die machen echt Aua am Anfang. Ja. Ähm... Du hattest ein Speer da drin in der Truhe noch, ne? Ja, genau. Vielleicht... Vielleicht solltest du den ausrüsten. Ja. Dann machen wir ein bisschen Poki-Poki und dann geht er schon. Ja, ja. Na klar. Der Himmel sieht irgendwie komisch aus. Findest du? Ja, der sieht irgendwie... Ja? ...zu gut für das Spiel aus. Au. Au. Blut! Also hier könnten wir schon nächtigen. Ne, können wir nicht. Oh. Oh yeah, ich hab'n Nachtsicht-Trank gefunden. Es gibt dir Nachtsicht? Ich hab'n gerade wieder Eis gegessen. Ja. Und der? Aber nur als Trank. Als kurzen Trank. Äh... Ich kann mal lange schon laufen. Max friert schon. Ich lieb's. Oh, fühl' ich. Ja, ich hab' meine heute wieder abgebaut. Oh. Oh, ich trage zu viel. Okay, mal wieder zurück auf den... Heu! Heißt das, ich darf jetzt nur noch gehen? Warte, ich... Mal eben den Trank in Nachtsicht rein, damit ich was gucken kann hier. Okay. Geil. Ah, super. Oh, guck mal, da ist direkt schon rechts ne Ruine. Vielleicht sollten wir die aber erst looten, wenn wir, äh... Einen Ablageplatz haben? Genau. Warte mal eben. E, e, e. Äh... Wie kann man... So. Habe ich die mal markiert? Sehr gut, sehr gut. Freut mich, wie lange der Nachtsicht-Trank hält. Ähm... Unten links... Würde ich sagen, siehst du es. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir durch das Wolf-Gebiet schon komplett durch sind. Vielleicht. Aber ich hatte keine Anzeige. Äh, tschörieö und, äh, dir auch viel Spaß bei was auch immer. Jo, danke, danke, bis später. Ja, und danke noch fürs Reinschauen. Oh, ein Teich. Vergiss nicht zu essen in real life. Hm. Ja, mal gucken. Mal gucken. So, hier sollte theoretisch auch irgendwo... ...eine Mine sein. Eine Blume. Nicht doof. Äh... Was war das? Ach. Ich muss mich zusammenreißen. Ähm... Vielleicht da oben? Nee. Nee, ich glaub da hinten... Nee, das ist nur ein Baum. Äh? Warte mal, wo ist denn hier die Mine hin? Vielleicht auch hier oben. Weil die Mine ist hinterher relativ wichtig, wenn wir da, äh, dann das Gebäude dran setzen, dann fördern uns die NPCs nämlich auch Eisenerz. Mhm. Warte mal, ich muss mal eben... Ich hab doch hier... Duh, duh, duh. Hattest du irgendwas an den Einstellungen eigentlich geändert? Ähm, ich hab das Gebäudelimit ganz hoch gesetzt. Ja. Äh... Und ansonsten hab ich den Rest auf einfach gestellt. Mhm. Find ich auch gut. Weil mir... Das, also, gerade mit den Temperaturen... Ich weiß nicht, ob du das bei Gronkh und Tobi gesehen hast. Es ging mir unfassbar auf den Sack, dass diese, äh, dass die Charaktere ständig gesagt haben, this heat is... irgendwas. Ja. Variable oder so. Und das, das, das ging mir schon tierisch auf die Nerven. So, meine lieben Freunde, wo soll denn hier jetzt bitte die Mine sein? Äh, wo bin ich denn gerade? Warte, die Mine sollte theoretisch... da sein. Ja, und weißt du, wo wir lang gelaufen sind? Ja, wahrscheinlich. Oh, guck mal, noch ein... Noch ein Shelter. Eine Truhe, die leer ist. Cool. Ich hab hier... Hier, die ist auch leer. Wow. Tja. Hm. Ja, wow, wir sind wirklich vorbeigelaufen, oder? Ich denke, die ist hier. Ja, hier. Ja, oh, wow, okay, cool. Ja, genau, dann sind wir dran vorbeigelaufen, perfekt. Aber hier könnte man doch schön so sein, sein Dörfchen errichten, ne? Mhm. Weil da drüben, wenn man da rüber guckt, dann ist da auch noch eine Ruine und ich sehe gerade, hier ist auch noch Loot. Ja, mein Charakter hat gerade einen Asthmaanfall. Also, je dunkler es draus wird, desto beschissener sieht der Himmel aus. Äh, kann ich jetzt gerade tatsächlich überhaupt nicht mitreden. Kann ich dir dann, äh, beantworten, wenn, wenn, äh, mein Nachtsichttrank ausgelaufen ist. So. Okay, ein Traum, wir sind angekommen, ohne dabei zu verrecken. Und das Gute ist, hier sind fast nur Ahornbäume. Ich weiß nicht, ob dir sagt, warum das gut ist, aber das ist auf jeden Fall sehr gut. Äh, weil die die maximalen Stämme haben? Ja, genau. Ähm, Ahorn gibt vier Holzstämme pro Baum, Birke gibt zwei und Fichte gibt drei. Uh. Und, ähm, man sollte nicht drunter stehen, wenn die Bäume umfallen, weil dann kriegt man Schaden und das ist nicht so geil. Okay. Baum fällt. Das war knapp. Ich hab doch Bescheid gesagt. Ja, ich war gerade im Baumenü. Baum fällt. Oh, Gänseblümchen. War ja klar, dass du wieder mit Blümchen sammeln anfangen musst. Baum fällt, Achtung, in deine Richtung. Ihhh. Äh, die Bäume wachsen nach zwei Jahren ungefähr wieder nach. Mhm. Wenn man die Stämme da lässt. Ja, genau. Ähm, ich hab die, ach doch, ich hab noch was verändert, genau, und zwar die Länge der, ähm, Jahreszeiten. Oh, ja. Äh, weil die Dorfbewohner mit den Tagen leveln und, ähm, ja, dann, dann kriegen wir halt eher hochgeleveltere Dorfbewohner. Okay. Weil, was du anwerben kannst, hat maximal Stufe 3 und, äh, ich glaube, Maximum, was die haben können, ist Stufe 10. Hallo. Oh, ein Brunnen. Okay, maximal Stufe 10, das passt. So, ich wollte jetzt was Essentielles machen. Ich hab'n Wolf gehört. Verarsch mich nicht, ich kann keine drei Meter gehen. Ich hab'n Wolf gehört. Vielleicht bauen wir erstmal so in diese Richtung hier. So, äh, Gebäude. So. Ähm, du kannst übrigens alle Gebäude upgraden, außer die Häuser. Also, dann kannst du einfach das neue Schemata auf das alte, auf das alte Gebäude draufsetzen und bei den Lagern bleiben dann auch die, äh, die Truhen erhalten. Da musst du nicht umlagern. Ja. Das war früher nämlich, glaube ich, auch nicht so. Hab' ich auch gesehen. Hm. Ich bin nicht mehr überlastet. Cool. So, wo willst du denn bauen? Ah, da. Mein Haus kommt hier hin. Okidoki. Ah, ich muss mal was trinken. Hm. Ich mach' grad dasselbe, was ich auch am Wochenende getan hab. Fleischbraten. Am Stock über Lagerfeuer. Hä, 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 hä. Du warst am Stock überm Lagerfeuer? War das nicht heiß? Äh, nee. So. Ähm, achso. Was ich heute auch erfahren habe, ist, es gibt bei den Fertigkeiten unter Diplom- äh, Diplomatie einen Skill, der heißt Inspirierende Rede. Ähm. Okay. Der Step von uns beiden. Also wenn wir das beide auf Maximum haben, dann haben wir quasi plus 30, äh, Produktionsgeschwindigkeit der NPCs. Oh, meine Fresse. Jaaaa. Scheiße, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich brauch' ganz dringend den Skill, äh, Maultier. Okay. Oh, Gott. Ach, ich hab' ne Bronze-Spitzhacke gefunden und ich kann mich schon wieder nicht bewegen. O-K-א-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A. Das war's. So. Ich hab'n Hirschschädel. Mhm. Jetzt nicht mehr. Nee. Was? Ach, die... Tutorial-Message. Ach so. Okay. Ach ja. Ich überlege auch schon, aus welchem Material ich das Haus baue, weil im Endeffekt habe ich ja keinen Brennstoffverbrauch. Heißt mir, es ist egal, wenn mein Haus nur aus, ähm, aus, aus, aus Geflecht ist. Ja, und später machen wir ja eh die, äh, wie heißt das gleich noch? Die großen Häuser. Hm. Ja, deswegen, ich baue die jetzt erstmal aus dem Geflecht. Ist günstiger am fürnen Anfang. Einzige Problem, was wir hier haben, was ich gerade sehe, ist, dass wir hier kein Stroh haben. Doch, da hinten war, glaube ich, Stroh. Ja, bin ich auch der Meinung. Kann man eigentlich irgendwie handeln? Ähm, ups. Alle Dreamcatcher. Nee, das tut mir leid. Was war denn das? Ja, ich hab hier, ich wollte hier und dann hab ich mich umgedreht und dann stellst du mir auf einmal und dann hab ich dir eine Box auf die Nase gegeben. Dankeschön. Ah, Gesundheit. Ja, danke. Ähm, ist, äh, ja, ist, also, ähm, ist, das, äh, war, also, hm. Gemeinheit. Hallo, Dreamcatcher. Willkommen im betreuten Spielen. Wie mein Chat das so gerne nennt. Ich brauche mir Stücke. Stöge. Stöge. Gib mir Stücke. Hallo. Ja. 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 Betreutes Spielen ist immer gut. Oh ja. Ja. Definitiv. Neues Level überleben. Was sollten wir denn als erstes bauen? Ein Holzfäller. Ja, ne? Ja, weil, ähm, wir brauchen Eimer, damit die Leute sich am Brunnen Wasser holen, beziehungsweise damit wir die mit Wasser aber füllen können und die Leute was zu trinken haben. Mh. Und für die Eimer brauchen wir Bretter und die können wir nur an dem Holzfäller machen. Ah. Okay. Mhm, mh. Oh, bei dir ist auch im Rausche der Geschwindigkeit. Mhm. Im fastest fuck, boy. Boy? Im boy. Ach ja, ich fand dein, äh, TikTok-Video von heute sehr amusant. Mhm. Danke für den Clip übrigens. Überhaupt kein Problem, ich hab mich weggeschmissen vor Lachen. Ja, schön. Ich, ich wusste gar nicht, dass Twitch die Funktion bietet, so Clips zu erstellen und die so zuzuschneiden, dass ich die Kamera quasi oben hab und unten dann das Spiel, das wusste nicht, dass Twitch das kann. Echt nicht? Nein. Das kann er schon sehr lange. Ich hab auch bei mir, ähm, straight up so ein, äh, äh, ein Tool drinne im OBS, was das für mich machen kann. Und dann halt in Maximalqualität. Ja. Ja, gut, meine Qualität wird ja jetzt auch besser sein. Äh, ja. Ich hab ne Tür. Weil ich bin nicht nur fuck as fast, sondern auch dump as fuck. Meine Güte, das war voll falsch gesagt. Egal, du weißt, was ich mein. Der Punkt kam rüber. Sehr verwirrend, aber ja. Egal, Hauptsache, er kam rüber. Vor allem fuck as fast. Ja, fast as fuck, meine Güte. Ah, Banditen. Was? Da, geradeaus. Mit Echsen laufen sie durch die Gegend. Warst mich. Ey, ich hab dich die ganze Zeit angeguckt. Also, der war so offensichtlich. Oh, ich hab ne Skill-Gewinnung. Ah, du sagtest irgendwas von Skill. Was halte ich für ein Gerücht, dass du Skill hast? Was? 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 Hm. Hm. Hm, hm, hm. Ja, fast. Auch nix. Hier gibt es ein... Du hast, du hast Skill? Ja, ich hab Skill und das Geld. Ey, wie war das? Doch. Was? Ich glaub, das war ein Money-Boy-Zitat. Money, money, money. Money. Da fängst du direkt wieder an zu schnaufen. Ey. Was ist Skill? Kann man das essen? Hm. Bestimmt. Ist vielleicht ein bisschen zäh, aber sollte gehen. Also, dein Skill ist in der vierten Klasse sitzen geblieben. Na, wenigstens hat er es geschafft, sich noch hinzusetzen. Ich hab mal gut nachgesagt. Hilfe. Help. Du kannst einfach aufstehen. Help. Oh nee, jetzt fang du nicht auch an wie dieser Kack-MPC. Eigentlich wollte ich dir nur mitteilen, dass ich schmutzig bin, aber dann wurde ich direkt vom Baum erschlagen, also lass ich das lieber. Deine Schmutzigkeit kann die Welt nicht mehr ertragen, das hat sich selbst der Baum gedacht. Ja. Und dann hat der Totschlag begonnen. Ach so, Baum fällt übrigens, ne? Nur so. Ja, ich seh dir die ganze Zeit die Klippe runterfallen. Na klar, was soll ich dir denn so weit tragen? Ich bin faul. Ich hab nix anderes erwartet. Das ist gut. Wenn man die Erwartungen so gering wie niedrig hält, kann man auch nicht enttäuscht werden. Und ich schaff's trotzdem jedes Mal. Das nenne ich Skill. Hm. Ich setz den Holzfäller-Schuppen mal hier hinten hin, ja? Ja. Ich wollt grad sagen, du hast ne... Was? Was? Hier war so ein Mauerstück von dem Holzfäller. Ach so. Hast du noch Steine? Warte. Ja. Hier. Wenn ich die jetzt aufhebe, kann ich mich nicht mehr bewegen. Tja. Glaub ich. Dann lass liegen. Dann kann ich aber nicht bauen. Tja. Oh ja, gute Idee. Kenntnisse. Was sollte man denn nehmen? Erstmal Kenntnisse der Gewinnung, oder? Als Fähigkeit? Äh, ja, hab ich auch genommen. Das Ding ist, wir leveln quasi beide füreinander, aber jeder kann seine Skill-Punkte selber verteilen. Uh. Und dann hast du noch Überlebenskenntnis genommen? Also das hätte ich jetzt genommen. Äh, ja. Ja, genau. Einfach, dass man schneller levelt. Oh, hier hinten gibt es Bären. Ja, die sind aber noch nicht reif. Ja. Genauso wie du. Ah, ich brauch so'n Knopf. Würde ich auf jeden Fall ziemlich feiern, ja. Ja. Vor allem, das ist so schlecht. Was? Oh, man kann sogar E gedrückt halten. Das ist ja die Vereinfachung des... Hast du gerade gefurzt? Nee. Ich hab's genau gehört. Was? Dafür kann ich meinen Stream stumm schalten. Nee, äh, ich sagte... Ich... Man kann E gedrückt halten, um Sachen zu sammeln. Das find ich nice. Ich hab's genau gehört. So, in der Hoffnung, dass ich jetzt noch ein paar Steinchen sammeln kann. Joa, und sonst so. Kann man Steine werfen? Kannst du dich mal hier aufstellen? Ich muss das testen. Ich bin hier mit sehr wichtigen Dingen beschäftigt. Ich auch. Ich muss ausprobieren, ob ich dich mit Steinen bewerfen kann. Also im Winter mit Schneebellen geht's, aber das macht auch Schaden. Echt? Mit was für Schneebellen werfen die? Was? Ich kann mit Schneebellen werfen. Ah, okay. Überlebenskenntnisse. Stark wie eine Eiche. Oh. Cool. 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 So, gleich fehlen überall nur noch überall nur noch das Gesundheit. Danke. Rat mir, warum ich seit fünf Minuten E gedrückt halte und mein Finger langsam anfängt wehzutun. Hm. Wo bist denn du? Ach, da hinten. Okay, dann brauche ich da ja gar nicht hingehen. Nee, bald ist hier auch nix mehr. Oh, nee, falsche Aussage. Ich habe zwar sehr viel abgebaut, aber ich habe vielleicht ein Viertel. Okay, cool. Dann komme ich gleich zu dir. Ich packe nur eben noch ein paar bisschen Zeug weg, damit ich auch irgendwas tragen kann noch. Ich will nicht sagen, dass ich mit dem Ich glaube, mit dem Gras sammeln level ich gerade überleben auf. Sehr cool. Äh, warte mal. Bevor du hierher läufst. Ich habe 235 Stroh. Wir brauchen mehr. Echt? Also jetzt nicht, nicht sofort, aber wir werden irgendwann mehr brauchen, weil alle Stufe 1 Gebäude alle Stroh brauchen. Oh, meine Fresse. Hm. Hm, hm, hm. Und was wir Also ich glaube, die wichtigsten drei Gebäude sind für den Anfang der Jäger, der Holzfäller und der Brunnen. Ja. Ähm. Und dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir, achso, und natürlich ein Haus, wo, oder zwei Häuser, wo die Leute auch leben können. Ähm. Und dann wäre es ganz sinnvoll, wenn wir mhm. Die Lager bauen, damit die Items automatisch verteilt werden. Ja, macht Sinn. Alter, ist das maximal nervig. Ey, du hast hier Sachen stehen lassen, das geht so nicht. Ähm. Ich glaube, das reicht erst mal für den Anfang. Ich meine, wir können ja wieder herkommen. Oh, ich fange, ich bin schon langsam überladen. Nun. Ach ja, die Aussauer ist doch was Tolles. Äh, ja. So, äh, dann können wir eigentlich auch direkt gleich schon die nächsten zwei Häuser platzieren. Mhm. 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 Dass wir dann auch Dorfbewohner hier hinholen können. Ja. Find ich schon gute Idee. So, ich bin jetzt auch endlich mal da. Warte mal, hat er mir jetzt gesagt, dass das Haus fertig ist, ja, ne? Ja. Ja, wunderbar. Oh ja, der Überlebenssinn ist auch ziemlich wichtig, finde ich. Oh, warum das? Ähm, weil dir dir, wenn du dann alt gedrückt hältst, anzeigt, wo Stöcke und Steine und, äh, also alles Sammelbare quasi liegt. Oh. Äh, jo. So, Holzfäller ist auch fertig. Sauber. Ähm. So, wir können ja schon mal grob planen, wie wir das Dorf aufbauen wollen. Ähm. Genau. Das können wir schon mal tun. Da brauchen wir als erstes mal einen Brunnen. Oh, hier gibt's eine Truhe. Gott sei Dank. Mhm. Die hält aber in Anführungszeichen nur 50 Kilo. Das ist egal, da können erst mal zwölf Kilo Stroh rein. Mhm. Und ein Hirschschädel. Ah, ich kann mich bewegen. Ich geh erstmal baden. Oh ja, das sollte ich vielleicht auch tun. So, wo soll man denn den Brunnen hinstellen, weil ich würde sagen, dass man das quasi so als Marktplatz oder so machen könnte. Ich hätte den Brunnen hier in die 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 Mitte gestellt. Hier so hin. Ich hätte ihn tatsächlich fast hier so hingesetzt, oder? Ja, können wir machen. Dann so rum. Ist ja gut, ich platziere ja schon. Entspannen Sie sich bitte. Immer diese Hetze hier. Es war so klar, dass du genau diesen Baum nimmst. Ich wusste es. Sorry? Äh, du, da, ne, alles gut. Meine Axt ist gleich kaputt, was gar nicht so geil ist. Meine noch nicht. Ja, du hast ja auch ne Kupfer-Axt. Hehe. Hast du jetzt auch ein neues Level in Produktionen bekommen? Nö. Okay, cool. Dann leveln wir anscheinend doch nicht gemeinsam. Müssen wir vielleicht vorher erstmal ne Gruppe erstellen? Kann man das? Keine Ahnung. Du bist auf jeden Fall König. Ups. Das war der falsche Knopf. Äh. Ich kann deinen Charakter löschen. Ey. Hehe. Guten Abend, Zuschauer. Und ja, heute ist wieder betreutes Spielen. Deswegen der Titel. Hallo, Zuschauer. Aber heute in Medieval Dynasty. Medieval Dynasty. Medieval? Medieval. Okay, ich hab erst Medieval verstanden und dachte mir. Ja gut, wir können auch Medieval machen. Hast du gar kein Problem. Ich weiß nicht, hier ist Wolf-Gebiet. Das könnte schmerzhaft werden. Wow, wo ich's gerade sage. Da ist Wolf. Run, Boy, run. Wo bist du? Äh. Äh, im Wolf-Gebiet? Obviously. Äh. Im... Süden. Brauchst du Hilfe? Nee, aktuell nicht. Die sind weggelaufen. Okay, gut. Aber ich hab nicht mehr viel Leben. Das ist schlecht. Oh, ein Brunnen. Ich mach mal ein Licht an. Äh, okay. Also, Hintergrundlicht. Ach so. Ich hab dafür mein Handy. Und ihr Haus war nur früher fertig, weil sie nicht so vollgeladen war mit Stroh und deswegen schneller laufen konnte. Das sind alles doofe Ausreden. Äh. Brauchst dich jetzt auch gar nicht versuchen, hier rauszureden. Also, das ist halt absolut nicht meine Schuld, ne? Doch. Wenn du so langsam bist. Wow. Ähm, wo wollen wir denn noch zwei weitere Häuser hinsetzen? So machst du einen Weg. Ähm. Ich weiß nicht, sollen wir die so Reihe an Reihe machen, oder? Ja, hätte ich nämlich jetzt auch gemacht. Äh, gesagt, dann macht man hier so einen Dorfplatz. Wollen wir hier zwischen den Weg lang führen? Können wir machen. Reicht das dann vom Abstand so? Äh, jetzt kann ich das Haus nicht mehr dahin platzieren. Genau deswegen. Und dann hätte ich die... Ist das so? Ist das ungefähr gerade? Ja, oder? Ich hätte es ein bisschen angeschrägt. In die Richtung? Äh. 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 Ja, so. So, dann würde ich jetzt nämlich den Weg entfernen. Ja. Äh. Du wolltest den Weg entfernen und nicht deine Fackel rausholen. Ah. Ich habe überlegt, wie ich wieder in dieses Bauding reinkomme. Hm. Ach, das bist du. Ich wundere mich gerade so, was hier so rumfetzt. Let's fetz. Willkommen zum nächsten Let's Fetz. Äh. Mein Chat disst mich. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja. Ja, ich halte auch nicht, aber gut. Äh. Äh. Mano. Ich gehe mich verkriechen. Das nächste Haus so oder noch ein bisschen schräger? Wahrscheinlich dann eher so, ne? Äh. Ja. Ich weiß nicht, ob man dann wieder einen Weg dazwischen lang führt. Einfach nur für den Abstand. Äh. Mach mal. Ja, ich bin in die Mine reingelaufen. Wie? Bist schon wieder am Faulenzen. Nee, ähm. Mich verkriechen, weil... Alles ist gegen mich. Armes Kerlchen. Er tut wieder Dinge. Hm. Ich glaube, du hast Hunger. Ich glaube, du hast Hunger. Ich glaube auch. Again. Ich bin... Ich bin... Du hattest doch eine Spitzhacke, ne? Warum? Dann kannst du hier auf die Felsen eindrischen und Steine fahren. Ja, das, äh, ja, mach ich. Das, äh, das dauert aber wirklich lange, bis man da, da hat man die Steine schneller vom Boden aufgesammelt. Echt? Hm. Es gibt immer nur zwei Steine und man muss so fünfmal draufhauen. Oh, meine Frau. Oh, warte, mein Inventar ist voll. Meinst du nämlich auch? Oh, Gott. Das war wirklich laut. Was? Ach, du hast auf den Stein eingeschlagen? Mhm. Ach, nochmal. Oh, Gott. Es ist immer noch zu laut. Aber das ist doch unter, oder ist das unter Umgebung? Wahrscheinlich. Ja, verdammt, jetzt hab ich's nicht gespeichert, oder? Ja, ich bin da, ich bin noch ein Plepp manchmal. Es wird dunkel, oder? Ja. Cool. Irgendwie hab ich nicht das Gefühl, dass diese Einstellungen, die ich gerade gemacht habe, irgendwas bewirkt haben. Das ist auch immer sehr positiv bei solchen Spielen. Wenn der nervigste Sound nicht leise gestellt werden kann. Mhm. Ähm. Hm? Ich bin voll. Und überladen lässt du auch. Du witzwollt. Ja. Ja. Ich wollte wieder einen ganz lustigen. Immer. Ja, komm, jetzt übertreib mal nicht. Ähm. Hahaha. Hahaha. Ähm. Ähm. Ich würde auch gar nicht mehr Häuser platzieren, als unbedingt notwendig tatsächlich, weil wir die ja hinterher sowieso wieder abreißen müssen. Oh, warum das? Ähm. Ähm. Weil wir größere Häuser brauchen, weil wir größere Häuser brauchen, weil wir mehr Bewohner haben wollen und wir haben halt ein Gebäude-Limit. Ich mein, das ist bei 130 oder 140 Gebäuden, aber, ähm, je größer die Häuser, desto mehr Leute können wir halt hier haben. Ähm. 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 Wobei zwischen der mittleren und der großen Stufe, ähm, der Unterschied nur darin liegt, dass, ähm, dass die Bewohner zufriedener sind. Wow. Genau, also in das Kleine passen drei Leute rein, in das, ähm, mittlere und in das große vier, nur in dem Großen sind die dann halt einfach zufriedener. Ah, okay. Also ich mein, wir können ja die beiden kleinen Häuser dann lassen und dann, äh, als nächstes die mittleren platzieren. Ich glaube, die sollten wir... Ja, hätte ich auch gesagt. Einfach aus dem Grund, dass wir dann, ähm... Ähm. Materialien sparen und wir brauchen ja jetzt erstmal nur einen Holzfäller und einen Jäger. Genau. Äh, und man kann halt immer einen Mann und eine Frau in ein Haus packen. Dann muss man aber noch das Kinderkriegen deaktivieren, oder nicht? Ja, aber wir wollen ja, dass die Kinder kriegen. Schon am Anfang direkt? Dauert ein bisschen, bis die Kinder kriegen. Ah, okay. Was gibt's da zu lachen, zu, äh, Zuschauer? Äh, nee, wir sind Geschwister in diesem Spiel. Das funktioniert nicht. Naja, also, früher war das normal. Oh mein Gott. Das Blut soll in der eigenen Familie bleiben. Ja, also, eine richtige Dynastie gründen. Ja, absolut. Das ist auch der Grund, warum früher dann, äh, öfter verkrüppelte Kinder bei rumgekommen sind. Ja. Traurig aber. Weil die halt ihre Blutlinie reinhalten wollten. Hm. Soll mich schlafen gehen? Können wir gerne machen. Du darfst auch gerne dein eigenes Bett nehmen, ja? Hätte ich jetzt gemacht. Gut. Ich geh ins Kinderbett. Mhm. Mhm. Ähm, was mir gerade eingefallen ist, für die Eimer, was? Auf den Dörfern hat nicht umsonst der Pfarrer entschieden, wer heiraten darf und wer nicht. Ähm. Der Pfarrer war meistens der intelligenteste Mensch im Dorf. Ach so, ich dachte, das wäre auf was anderes bezogen, aber okay. Daran muss ich auch als erstes denken. Wenn du den jetzt auf meinen Kopf fällst, dann hau ich dich danach. Oh yeah, wir haben die Werkstatt freigeschalten. Okay. Ähm, die brauchen wir, damit wir aus den Brettern auch Eimer machen können. Ah, das wolltest du mir erzählen. Ja. Gut. Äh, ja. Das einzig wahre. Die Inzucht. Mal sehen, wann der Stream gesperrt wird. Inzucht im Zug. Oh Gott. Genau, jetzt haben wir nämlich die zweite Stufe an Häusern freigeschalten. Neißen Stein. Yes. Hast du noch einen Holzstamm? Nein. Raurig. Mhm. Das dachte ich mir auch gerade. Ich war mal in einem Dorf in der Schnee-Eifel. Die hatten schon lange keinen Pfarrer mehr. Also das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert stehen. Oh, Fuchs. Du lässt also Dinge gerne unkommentiert stehen, ja? Mhm. In dem Dorf stand schon genügend. Offensichtlich. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall doch. Mhm. Mhm. Nun. Was zur Hölle machst du da eigentlich? Gar nichts, nichts, nö. Außer ertrinken. Wieso? Ich ertrink nicht. Ich bin doch nicht unfähig. Also nicht ganz. Ich hab Wein bekommen. Oh Gott. Also, um es zu verdeutlichen... Du darfst mich auch mehr nennen. Was? Wow. Um es zu verdeutlichen, es war einem jeden anzusehen. Geringfügig. Mhm. Sweet home Alabama. Tja. Deswegen ist der Stammbaum im Saarland auch ein Kreis. Mhm. Oh, ich hab Kirschbaumsetzlinge gefunden. Äh... Glückwunsch. Wir können Kirschbäume bauen. Äh, pflanzen. Naja, anbauen tust du sie ja schon, ne? Hm. Auch wieder wahr. Und Hopfen. Du. Jetzt ist Hopfen und Malz nicht mehr verloren. Oh, heute ist echt Tag der schlechten Wortwitze. Oh ja. Ich mag das. Uh, Eimer. Hoffentlich nicht die Eimer von den Seedowinen eben gesprochen hat. Das wäre sehr eklig. Ich habe vielleicht ein Problem. Und wir hätten zu zweit loslaufen müssen. Mhm. Ein Strohhut. Oh, Münzen. Kann mich jetzt genau um 0,2 Kilogramm... Äh, 0,02 Kilogramm nicht mehr bewegen. Ich esse mal schnell was. Essen bewirkt Wunder. Äh, Zuschauer empfiehlt dir, nach Eichen zu suchen, damit man den Galgen besser bauen kann. Und hallo, Lala. Hallo, Lala-Löchen. Ähm. Ja, also hier sind auf jeden Fall sehr viele Fischerspeere, was schon mal ganz gut ist, weil die zu fertigen, keine Ahnung wie. Ähm. Und hier ist noch Volgan, welches ich nicht mitnehmen kann, wegen, äh, Überlastung. Ist das der Bruder von Wolfgang? Ich dachte, dass wer Wolf stand. Was? Was? Der war wirklich schlecht. Es ist, es ist einfach nur furchtbar heute. Oh ja. Es ist halt wirklich einfach nur furchtbar. Hallo, Ginevrausi, auch hier? Mhm, 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 mhm. Äh, wir spielen Medieval Dynasty und erzählen uns gegenseitig schlechte Wortwitze. Und die Frage nach dem Niveau könnt ihr euch direkt von Anfang an sparen, weil das ist hier quasi non-existent. Und eigentlich sind wir auch nur auf der Suche nach Alkohol. Also, ich hab ja schon Wein gefunden. Was hast du zu bieten? Kirschwein. Zwei Flaschen. Cool, ich hab eine Flasche Kirschwein. Das Ding ist, die kann man mega gut verkaufen. Die bringen halt so viel Geld. Ich bring mal Wolfgang mit. Hm. Ähm, dafür hab ich im Übrigen noch drei Bierflaschen. Die sind zwar leer, aber ich hab sie. Joa, kann man bestimmt irgendwie nutzen. Hm. Oh, ein Fischerspeer. Oh, und ich hab Beerenwein. Und Birkenbein. Oh, und du hast 60 Münzen übersehen. Auf der Fensterbank. Das ist falsch mit dir. Oh, nein, ich wollte dir auch was übrig lassen. Hm. Du hast mir hier lumpige, kaputte Speere dagelassen und ein bisschen Garn. Hallo, ich hab dir Geld übrig gelassen. Jetzt werden sie mal nicht anspruchsvoll, junger Herr. Also, bitte. Also, Lala hat auch leere Bierflaschen und das Niveau, man muss nur sehr tief graben. Okay. Hm. Ich glaube nicht, dass so ein Bohrer, der so tief graben kann, schon erfunden wurde. Ja. Ähm, ich befülle direkt mal die Eimer mit Wasser und packe die schon mal zumindest in das eine Haus rein. Und da packe ich auch schon ein bisschen Essen rein. Und dann gucke ich, dass ich direkt den Ersten rekrutriere. Ja, wollen wir zu zweit, äh, da hochlaufen, weil da war noch eine Ruine. Auf jeden Fall. Und ich nehme ein bisschen Bargeld mit, man weiß ja nie. Das ist, das, das ist immer ein guter Idee. Ach ja, hier fehlt ja so ein fucking Holzstamm. Oh, Prost. Ich empfehle feuerfeste Anzüge, ja, das, das, das wäre wahrscheinlich sehr sinnvoll. Oh ja. So, die kommen jetzt erstmal hier mit rein. Ich muss mal eben noch Zeugs entladen, weil sonst kann ich hier nämlich gar nichts tragen. Wieso, was, was ist denn bitte so schwer gerade? Äh, wenn wir in die Stadt gehen, dann nehme ich aber auch den ganzen Wein und so mit, weil den verkaufe ich dann. Oh, ich habe drei Steinechse, das macht das Gewicht aus. Ich habe vier Steinechse. Oh, dann schmeiße ich doch direkt beim Holzfäller rein. Das macht absolut viel Sinn, ja. Ja, ich weiß. Ja. Äh, ich stelle dann auch gleich den Holzfäller, ach so. Ähm, ja, ich stelle mal eben den Holzfäller ein, damit der komplett fertig ist, wenn hier der erste Mensch verknechtet wird. Oh, okay. Also, Herbst und Winter, Brennholz, Frühling und Sommer, Holzbretter. Ja. Oder? Und Holzstämme natürlich überall. Brennholz, Winter und Herbst. Und Stöcker kann der auch das ganze Jahr übersammeln. Muss halt nicht so viel von machen. Ähm. AC drücken. Ja, ich weiß, ich habe noch gerade überlegt. Äh, so. Das stellen wir mal. Wir können halt noch nicht sehen, ob das von der Menge her so passt. Ähm. Ach, das war zu viel. Hab ich gewünscht, ich könnte die Zahlen hier eintippen. Oh mein Gott, sieht das nervig aus. Ach, was meinst du? Jetzt stell dir mal vor, du hast hier irgendwie 700 von denen. Mhm. Guck dir mal die Einstellungen der Küche hinterher an. Du hast 50 Trilliarden verschiedene Gerichte. Oh mein Gott. Mhm. Kannst du mal aufhören, mich anzustöhnen hier? Ich glaube, es hackt. So. Jetzt noch den Winter. Also Zuschauer, ich weiß gar nicht, was du meinst. Dann mache ich aber mal nur 5% Stöcke und 35% Brennholz. Ja. So. Gut. Äh, der ist eingestellt. Das... Ach so. Äh, wir müssen erst mal das Haus fertig bauen. Ja. Ansonsten hat der ja gar nichts, wo... Wo der wohnen kann. Ach so. Fäh. Sonst kann ich dem das Haus nämlich nicht zuweisen, wenn es nicht fertig ist, logischerweise. Oh mein Gott. Na, und meiner erst. Das stelle ich nicht so an. Das tat nicht weh. Huwala. Äh. So, wir können. Oh. Also bei mir sieht das Haus noch unfertig aus. Ja, du guckst ja auch das Falsche an. Es ist ja auch das dahinter. Ach, das hatten wir noch nicht fertig. Nein, da fehlte noch genau ein Holzstamm. Wow. Mhm. Äh, warte, dann schmeiß ich eben das Holz weg. Äh, bitte schmeiß es nicht weg. Aber das sind acht Kilo. Ja, dann schmeiß es in der Truhe, aber doch nicht weg. Ah, dann laufe ich mit. Ich hätte jetzt auch hier gewartet. Okay, ich laufe zurück. Komm, jeder Gang macht schlank. Hm. Äh, Zuschauer, der, der Baum war einfach zu schnell. Da konnte man nicht sehen, wer mich da angefahren hat. Das hat die Schnelligkeit des Baumes damit zu tun, ob du sehen kannst, wer dich anfährt. Naja, wenn du es nicht mitbekommst. Uh. Hat der Baum dich so abgelenkt, oder? Ja. Ich meine, es gibt mehrere, die sich von Stämmen ablenken lassen. Wow. Wow. Oh mein Gott, es wird einfach immer schlechter, ne? Oh, ist das furchtbar. Es wird immer schlechter. Ja. Ja. Definitiv. Ah, mein Stream sieht auf einmal so schön aus. Ich bin noch ein bisschen begeistert. Der meint er irgendwie nicht. Ah, das ist... Hast du die Qualität richtig eingestellt? Also im Stream selber? Also auf der Seite selber? Ja, wollte ich gerade sagen. Oh, Crystal Clear. Mhm. Bonk. Ja. Bier. 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 Das ist ja Vollscam. Hier ist ja gar nichts. Hehehe. Also ich meine jetzt so an Behältnissen oder so. Da waren zwei Sachen, wo man was looten konnte. Nö. Okay. Äh, so, dann auf nach Piastovia. Ich bin doch nicht fertig mit Bluten. Wie, du bist nicht fertig mit Bluten? Naja, ich bin unters Haus gekraxelt. Da kommt man rein? Ja. Oh. Uh, Fackeln. Ja, jetzt sollten wir alles haben. Warte mal eben. Ich muss noch was ganz wichtiges machen. Ja. Oh, hier ist noch ein Fass mit Eimern. Oh, sehr gut. Und Münzen. Jo. Hast du noch mehr übersehen? Wahrscheinlich. Die Sachen, da konnte man alle nicht looten. Nö, das sah jetzt eigentlich nach allem aus. Oh, ich bin schon wieder überladen. Hast du noch ein bisschen Platz? Ja, hab ich. Okay. Kannst du mir hier unten hinschmeißen. Das haben wir ja eben schon gelootet. Achtung, hinter dir Wolf. Oh, ja, guck mal, wir haben. Oh, wow. Hehe. Da hinten ist noch ein Wolf. Wo? Der fliegt gerade über den Berg. Okay. Der jagt den Hasen. Oh. Ich hört knurren. Der ist da hinten im Gebüsch. Hey, ich weiß doch viel geknallt. Ah. Oh Gott. Ich muss gleich erst mal meine ganze Pfeile wieder einsammeln. Äh, warte. Ich kann hier auch noch ein paar auf den Boden schmeißen. Was habe ich jetzt auf dem Boden? Ah, toll. Klauen wir das Bronzemesser. So. Du hast gesagt, ich kann aufsammeln, was auf dem Boden liegt. Ähm. Ja. Ja. Da liegen auch noch Pfeile. Ich bin selber überlastet. Oh. Na ja, gut. Dann geht's halt ein bisschen langsamer nach Piestovia. Heißt das nicht Pistovia? Nein, Piestovia. Okay. So Banditenlager, die können, ähm, überall auftauchen und auch zwischendurch wieder verschwinden. Äh, okay. Und ich glaube, ab dem zweiten Frühling spawnen da auch Banditen. Oh, nice. Mhm. Könntest du mir, äh, könntest du aufhören, mir von hinten ins Ohr zu stöhnen? Bitte. Danke. 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 Äh, wo läufst du hin? Ach, da. Zur Stadt. Hoffe ich. Du hast einen Marker gesetzt, okay. Mhm, mhm, mhm. So, dann hoffe ich, dass wir hier einen guten, äh... Ah, wow. Du kannst schräg laufen, dann bist du schnell. Trotz dessen, dass du überladen bist. Ist das so dumm, dass das geht? Wo geht's denn hier rein? Ach, da hinten. Oh, wow. Ich glaub, der Trick von... Ich muss mal eben was trinken. Ja, ich auch. Und, ähm, was essen. Also, Lala, die Aussage geht hier aber gar nicht. Wieso nicht? Stehst du da nicht drauf? Ja, doch, aber... Hm. Ich würde das nicht so öffentlich kundtun. Während man schnaufend hinter einer Frau herläuft. Achso, Moment. In die Schenke. Da können wir Sachen verkaufen. Äh, ich hab mich verlaufen. Ach. Living in a smaller village must be so cool. All right, then. Keep your secrets. Oh. Ja, ich glaub, das war's, was ich noch verkaufen konnte. Wunderbar. Ähm. So, was waren hier jetzt nochmal für Aufgaben dran? Holzstamm... Holzstämme und Stöcke. Fünf Dachse. Fünf Dachse. Und neun Holzhacken. Hab ich ja auf alles gar nicht so wahnsinnig viel Lust. Da muss man gucken. Aber ich glaub, wir können sowieso schon was... Äh... ...jemanden rekrutieren. Okay. Ich hab ein Würfelset verkauft. Ein Würfelset? Ja. Wie viel hat das gegeben? 375. Boi. Okay, cool. Die Steuern für nächstes Jahr sind gesichert. Yo. Oh, ist das das Camp der... ...Obdachlosen? Absolut. Und einen von den Obdachlosen adoptieren wir jetzt. Woo. So. Stufe 2 Gewinnung. Stufe 1 Gewinnung. Stufe 2 Gewinnung. Das ist ja alles gar nicht so fantastisch hier. Hm. Nun. Oder wir gucken mal bei Klonika vorbei. Ob die da bessere haben. Oh, wow. Unser König heißt Gninovir. Ne. Gni... Gnivomir. Eins der Schlechte. Das heißt Gninovir, der Erste, der Schlechte. Da steht nicht der Erste, da steht eins. Ja. Ja, gut, dann, ähm... Auf nach Klonika. Okay. Fix. Oh, ne Ruine. Wenigstens kann ich jetzt... Mein armes Lager. Wieso dein Lager? Weil mein Inventar gleich wieder bummsvoll ist? Achso, ja. Oh, ich muss mal was essen. cool, bei dir oben scheint was zu sein, ja? Äh, nö. Okay, cool, hier unten war auch nichts. Ja, doch, bei mir war viel. Hm, wow. Cool. Nee. Ich glaube, ich mach das gerade falsch, aber... Oh. 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 Hups. Hm. Bin fertig. Nö, ich hab noch was entdeckt. Hm. Wahrscheinlich wieder unten bei mir, richtig? Äh, aktuell noch nicht. Hier oben gibt es Bier. Einer. Und in dem anderen Haus hast du schon geguckt? Ja, aber guck lieber nochmal drüber. Nur um ganz sicher zu gehen. Johannes Kraut. Okay, bis gleich. Oh. Achso, fliegst du zwicklich übrigens in die Waden. Oh. Wenn du nicht hinguckst. Wenn du sie anguckst, laufen sie weg. Wenn du weg guckst, dann zwicken sie dir in die Waden. Oh, es sind die aber herzallerliebst. Ja, ne? Okay. Winke, winke mit die Fackel. Oh. Oh. Oh, sind ja bald da, zum Glück. Mhm. Also theoretisch können wir auch direkt schon zwei Leute rekrutieren. Ein Mann und eine Frau, die dann halt einfach im gleichen Haus wohnen. Ja. Weil dann haben wir ja auch direkt jemanden für einen Brunnen mit. Ah, das muss auch gesondert? Okay. Mhm. Was haben die denn hier gemacht? Obwohl da wahrscheinlich auch einer mit Gewinnung zwei reicht. Was? Haben die hier einen Schalter? Ne, keinen Schalterhaufen. So, jetzt müssen wir hier nur den, äh, Kreis finden, wo die alle sitzen. Ja, ich glaub da hinten. Oh, sieht da noch aus. Hm. Bitte sagt, dass ihr besser seid. Gewinnung eins, Gewinnung zwei, Gewinnung eins. Ihr wollt mich verarschen, oder? Hm. Willkommen zurück, Zuschauer. Ja, dann lass zwei mit Gewinnung zwei nehmen, oder? Ja. Also den Typen und die Frau hier. Die leveln ja noch auf. Quatschst du den anderen eben noch an? Ach, Otto. Mhm. Äh, ich hab jetzt ein Problem. Ich kann zwei Häuser, also ich hab zwei Häuser, die ich zuweisen kann. Ich weiß aber nicht, welches welches ist, ne? Ach doch, Moment. Das hier ist das Haus, was ich zuweisen sollte. Alles andere gehört dir. So, du darfst am Brunnen stehen. So, Otto. Hör auf zusammen, bitte. Otto darf da mit wohnen und Otto darf als Holzfäller arbeiten. Ein Traum. So, jetzt. Äh, äh, äh. Ja. Dann, äh, würde ich sagen, können wir hier in der Stadt noch... Obwohl, ne, es ist gerade Nacht. Bei uns will jetzt sowieso keiner reden. Dann gehen wir erstmal nach Hause, oder? Jo, können wir gerne so machen. Zumal mein Lager sowieso, mein Inventar sowieso voll ist. Oh, 800 Meter bis nach Hause. Das ist voll weit. Oh Gott. Au. Au. Wenigstens wird es gerade wieder halbwegs hell. Haben wir die Nacht durchgemacht? Dann bricht nichts zusammen? Nö. Okay. Okay. Also ja, wir haben die Nacht durchgemacht. Nein, man bricht nicht zusammen. Außer... Es ist Jahreszeitenwechsel. Dann spawnt man wieder in der Hütte, weil dann alles resettet wird. Ah, okay. Dann gibt es wenigstens ein Vorort, wenn ihr euer Königreich des Grauens errichtet habt. Ja. Ja. Dann müssen wir aber Steuern bezahlen, wodurch wir nie ein richtiges Königreich werden. Ach, wir töten den echten König einfach, dann passt das schon. Das wäre lustig, wenn man das machen könnte. Ich meine, im Endeffekt müsste man den König ja irgendwann überleben können, weil wenn wir Nachkommen haben, spielen wir ja mit den Nachkommen weiter, wenn unsere Charaktere sterben. Und irgendwann müsste der König ja theoretisch auch sterben. Ja, eigentlich schon. Oh, Loot. Was? Wo? Hier. Oh, Loot. Oh ja, Pfeile. Und noch mehr Loot. Kann ich das? Ne, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Doch, das kann ich noch mitnehmen. Oh, hier sollten wir besser über die Brücke laufen, oder? Ähm, ja, das Problem ist, schwimmen. Ja, dann müssen wir nur gucken, weil da wieder Wolfsgebiet ist, glaube ich. Ach, das kriegen wir hin. Oh, Loot. Oh, Loot. Wie Loot. Ach so, wieder Loot. Junge, Junge. Und ich hab'n Met gefunden. Sehr gut. Jupp. Ja, und Zuschauer betreibt jetzt Bienenzucht. Oh, das können wir hier auch machen, glaube ich. Oh Gott. Aber ich glaube, wir können trotzdem doch nochmal eben schlafen gehen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Sagte ich und es wurde heller. Zumindest geringfügig. Und dann müssen wir den Leuten noch, äh, ach so, wir müssen auch noch Feuerholz machen und den reinlegen, sonst sind die unglücklich. Feuerholz, was zu trinken und was zu essen. Ja, und dann als nächstes das Lebensmittellager? Äh, ich würde erstmal Materiallager machen. Oh ja, das meinte ich eigentlich auch. Ja. Dann, dann sprechen wir vom Gleichen. Dann ja. So, ich leg denen jetzt mal eben was zu essen und was zu trinken in die Truhe bei denen im Haus rein. Dann haben die das zumindest schon mal. Mhm. So, jetzt sollte gleich nur noch Brennholz fehlen. Perfekt, der, ähm, Dame vom Brunnen lege ich dann direkt mal noch leere Eimer mit rein. Mhm. Wie ich mit Sicherheit irgendwo hingetan habe oder auch nicht. Doch, da. Oh. Ähm, okay. Ich meine, es ist ja gut, dass er die Tür benutzt, aber das Haus ist noch nicht fertig. Ja. Ach, hier habe ich noch einen Eimer. Nice. Okay, Eimer müssen wir vielleicht doch noch nicht machen. Gesundheit. Danke. Und Zuschauer. Wie willst du die Genfarm bauen? Einfach rudimentär oder schon im Prinzip im Kopf? Ach, wir können auch noch gar kein Nahrungsmittellager machen im Übrigen. Oh. Ähm, wo wollen wir das Lagerhaus hin machen? Ich hätte das vielleicht neben die Mine gebaut. Jo. Zwölf Steine Bei mir in der Truhe sind noch welche Ach das ist gut Wobei die Steine wahrscheinlich auch nicht das Problem sein werden beim Lager Sondern eher so die Holzstämme Ja Wie immer Ja deswegen ist es echt gut Dass wir jetzt eine Holzfülle haben Wie craftet man nochmal Ach Handarbeit Also dieselbe Dasselbe Prinzip wie ich auch Ja macht ja eigentlich Sinn Das ist schön Das ist schön Das ist schön Dann gehen wir mal Bäume fällen Weil noch ist der Holzfäller sehr, sehr, sehr langsam Okay Ah, okay, der hat auch nur Gewinnung 2 Jaja, deswegen, also was besseres Hab ich da jetzt auch gerade eben gar nicht gefunden Okay Ich hoffe mal, dass der Relativ schnell auflevelt Und was wir machen sollten Ist denen noch eben Brennholz reinlegen, damit die zufriedener sind Weil ich glaube auch, je zufriedener die sind, desto schneller Fördern die halt Jaja Okay Brennholz, du musst den an dem Holzdingsbums da wegschicken Kurz Und dann kann man da dran Brennholz herstellen Okay, das macht der nicht so? Äh, nicht im Frühling, nee Der macht das nur im Herbst und im Winter So haben wir das eingestellt Ah Okay Was, der muss nur ausgefahren sein? Was für ein Scheiß ist das denn? Und ich setze mir da nur Redstone Clock ran Schweinerei So, jetzt muss ich mal eben kurz ein paar Stöcker bekommen, damit ich mir eine neue Axt noch machen kann, weil die hält definitiv nicht mehr lange durch Ja, das war's mit der Axt Was Bis zum nächsten Mal Habe ich dir nicht noch einen Baum gefällt? Kann ich dir nicht sagen. Ja, auch muss ich dich nicht. Das Gute ist, dass man jetzt zumindest keinen mehr für die Lager einstellen muss. Das war wohl früher, glaube ich, auch so. Ja, habe ich auch gehört. Oder so kenne ich das noch. Weil jetzt machen die das ja zum Glück alles automatisch. Ja, Gott sei Dank. Und es geht auch keine Zeit für Lieferungen drauf, sondern es wird einfach automatisch ins Lager geschoben, sobald die was erzeugt haben. Okay. 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 Ein Haus abgeschlossen. Oh. Ich habe einen Baum übersehen, den ich gefällt habe. Da ist er doch. Oh ja, Maultier. Okay. Können wir tragen. Welcher Punkt war das? Äh, bei Gewinnung, da musst du erst Meister der Zerstörung machen oder irgendeine Stufe 2er Skill und dann bei Stufe 3 ist Maultier. Oh. Und beim Ersten erhöht das um 5% und hinterher insgesamt um 15%, dass du 15% mehr tragen kannst. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Nö. Nö. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Wie viel Kilo kannst du gerade tragen? Ich glaube 35. Ja, ich kann jetzt 40 Kilo tragen. Okay. Wow, dankeschön. Ja, true. Mal wieder herzt allerliebst ihr alle zusammen. Was erwartest du von uns? Nicht viel, aber das schafft er auch schon zu. Also, ich finde ja, du stellst dich einfach nur an. Hm. Ja. Vielleicht ist es noch eine Ruine. Muss beim Luten. Oh. Willst du mitkommen? Na, komm. Ja, warte, eben. Ich muss eben die Krams weglegen. Was ist denn hier so schwer? Oh. 9 Kilo Meht. Hm. Nun. Der Alkohol. Das kommt von den Säufern. Echt, ey. Ich glaube, ich habe hier noch eine Flasche Meht stehen. Oh, wow. 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 Da geht's also lang. Mhm. Oh, Loot. Da hinten ist noch eine Ruine am Horizont. Ah, sogar zwei. Was? Ja, und das... Oh, Banditen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Kleinen Moment. Oh. Ey. Wieso schießt du mich an? So, die können wir jetzt auch looten. Oh, Zwiebeln. Ganzes Käserad. Mhm. Irgendwas läuft mit dem hier falsch. Mit welchem von beiden? Guck mal, bei mir auf den Stream. Äh. Ähm. Das, äh, ja. Deswegen bewegt sich auch das Bein so. Ich habe eine Bronze-Achse gefunden. Die Stein-Achse kannst du haben, Billo. Äh. Bierflaschen. Beerenwein. Wupp, wupp. Ein einfacher Rucksack. Und noch eine Mehtflasche. Was? Tja. Nein. Dafür finde ich noch mehr Mehtflaschen, Edgbetsch. Ich habe schon 1200 Münzen. Ich habe nur 100 Münzen. Hehehe. Ja. 150 Münzen. Oh, ich soll einen Händler finden. Ja, getrocknete Feigen. Ich habe Bier gefunden. Und eine Eisenspitzhacke. Meins. Verdammt, zu langsam. Ähm, warte, warte, warte. Wenn ich jetzt die Eisenspitzhacke habe, dann kannst du aber... Äh... ...die... ...die hier haben. Weil ich brauche keine zwei Spitzhacken. Ne. So, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg zum anderen, ne? Äh, ne. Ich muss... ...äh... ...loot entleeren. Ich habe zu viel. Okay, dann komme ich mit, dann entleere ich auch und dann gehen wir zum nächsten, zur nächsten Ruine. Oh, ja. Ja, voll gut. Buggy, buggy, buggy. Immer noch? Ja, der slidet hier richtig schön rein in das Game. Ach. Haben wir das Camp hier oben schon leer gemacht? Welches Camp? Ja. Haben wir. Ach so, das, ja. Ach ja, stimmt. Doch, doch, das hatten wir schon. Luti, Puti, Luti. Ja, wie schön wäre es jetzt, wenn wir ein Materiallager hätten, hm? Oh, ja. Weil meine Truhe ist auch schon voll. Ja, das Materiallager hat auf der ersten Stufe 1000 Kilo, was es tragen, laden, wie auch immer kann. Nice. So, ja. Ach, die getrockneten Feigen kann ich, äh, meinem Angebeteten hinterher geben. Äh, was? Getrocknete Feigen kann man nicht essen, das ist nur ein Geschenk. Ah. Ich gebe den Leuten hier mal, äh, abgelaufene Äpfel, ne? Wenn die abgelaufenen, wenn die abgelaufen sind, dann sind sie verrottet, also, wenn, wenn es noch Apfelform ist, dann sind sie noch nicht abgelaufen. Noch nicht ganz. Ja, ein bisschen Käse kriegen sie auch. So, jetzt können sie sich nicht mehr beschweren. So. Zwiebel für den Mad Eagle Dynasty, ja. Wenn ich, wenn ich das in den Titel schreiben würde mit Mad Eagle, dann, äh, dann würde, würde Twitch wahrscheinlich wieder brennen. Wie kannst du das nur? Also, ich hab noch, ich kann noch fünf Kilo mitnehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob das reicht. Ah, aber wir haben hier ja noch ein leeres Haus, wo wir Sachen reinschmeißen können. Stimmt. So, und wenn ich dann noch den Rucksack anziehe. Oh, jetzt kann ich 45 Kilo tragen. Sehr gut. Weißt du, ich, ich wasch mich einfach nicht mehr und dann laufen die Banditen von alleine vor uns weg. So nämlich. Hm. Ist jetzt nicht so, dass ich vielleicht dieselbe Idee hatte? Hm. Ich glaube, wir sollten nach oben gehen, weil wenn wir hier wieder runterlaufen, kommen wir nicht nach da hinten. Achso, Moment, das ist sowieso eine Schlucht, ne? Naja, egal, wir probieren. Ja, die Light, äh, die Dingsons ist ganz woanders. Welche Dingsons? Äh, Brücke. Oh. Und Zuschauer impliziert, dass ich dir Geld geben soll, damit du mir eine halbe Münze Taschengeld auszahlen kannst. Und Multi stinkt hier, das Deo für den Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Beleidigung an dich gerichtet war. Ähm. Äh. Äh. Kampfmusik. Ja, hier läuft ein Wolf rum. Ah, so gut, zwei. Ha, ha. Oder man könnte implizieren, du stinkst so sehr, du bist jetzt endlich zum Mann geworden. Hm. Ja, lassen wir das mal so stehen. Ja. Eine andere Frage, was sagt deine Frau dazu? Weiß ich nicht. Ähm. Da können wir hochlaufen. Bestimmt. Parcours. Fall als erstes. Oh. Geruch könnte auch ein Verhütungsmittel sein. Hm. Oh. Also, wenn die Seuche stiegen im Mittelalter hochlaufen konnten, ne? Kein Wunder, dass die nur 35 Jahre alt geworden sind. Ah, Baditen. Wuh. Wupp, wupp. Geilo. Oh. Loot. Oh ja. Ja, allein deswegen lohnt es sich ja schon. Oh, ich hab ne Holzarmbrust und Holzbolzen bekommen. Ähm, willst du auch ne Fernkampfwaffe haben? Äh, ne, ich hab meine schon verkauft. Okay. Ähm. Ja. Also erstmal nicht. Oh, Leder. Ich möchte... Ein verkiffteter Kupferbolzen. Kupfermesser. Kupfermesser. Oh Gott, Kupfermesser. Mit... Kupferbarren. Komm ich da hoch? Da oben steht ne Truhe. Oh. Das wäre ja voll gemein, wenn wir da nicht hinkommen würden. Äh, warte mal. Komm ich von unten an die Truhe dran? Da dran muss ich auch grad denken. Ja. Eisenarmbrust. Hö, voll geil. Richtig gut. Oh, ich bin überladen. Ah, das ist nicht so gut. Naja, ich hab auch irgendwie 20 Kilo an Erzbarren. Ah, okay, cool. Hm. Och, er ist am Telefonieren. Und winkt uns dabei noch nicht. Ja. Ah. Hallo? Niemand da. Wow. Guten Gag. Guten Gag? Tutengag. Achso. Ja, es scheint nichts mehr hier zu sein. Oh. Vielleicht doch. Hier ist halt auch einfach nichts drin in der Höhle. Das sieht irgendwie nicht fertiggestellt aus. Nicht wirklich, nee. So, du hattest noch irgendwo was gesehen? Achso, nee. Ich dachte, das wär das. Achso. Und noch ein bisschen was wär. Oh, oh. Oh. Gut, dann, äh, auf nach Hause. Jo. Das wird auf jeden Fall schief gehen. Oh, ja. Bleib mal in der Nähe. Oh. Wieso? Ich hab noch einen Strich. Nein, wir waschen uns. Das geht nicht. Naja, hier sind ja noch nicht tief genug zum Waschen, ne? Ich weiß ja nicht. Außerdem hat das nicht so effizient funktioniert mit dem, dass halt uns die Banditen vorm Leibe. Oh, hallo Spadi. Die konnten uns eher riechen. Ja, ein richtig tolles Spiel, wo man Stunden verbringen kann. Oh, ja. Das, das wird noch sehr eskalieren hier. Ähm, hast du eigentlich schon einen Plan, wie wir das mit nächster Woche Once Human dann machen sollen? Sollen wir mit Once Human vielleicht einfach später anfangen? Können wir gerne machen. Ich gehe eh davon aus, dass die ersten zehn Tage oder so einen ganzen Haufen Patches kommen. Ja, zumal die Server dann wahrscheinlich auch relativ voll sind und dann alle überall bauen. Da können wir dann lieber ein bisschen später anfangen. Dann können wir erstmal in Medieval Dynasty reinsuchten. Ja, genau. Finde ich gut. Ich bin schon, ich bin wirklich unfassbar froh, dass ich gestern mit Avatar durchgekommen bin. Das glaube ich. Aber das hat mich einfach so gestresst. Ja. Ähm, Spadi, bist du der von TikTok? Weil das Spiel, was wir mir vorgespielt haben, ich wollte gerade sagen, da bin ich nämlich auch gerade drauf gekommen. Das können wir auch im Koop spielen. Das sieht aus wie eine, also Tale of Ale oder nee, doch, Ale Tale oder so. Ale Tale, ja. Das sieht aus wie, ähm, so ein bisschen nach Hydro-Nir. Nur, du betreibst eine Bar, kannst aber so wie in Medieval Dynasty Sachen machen und das sah ganz lustig aus. Oh ja. Ah, so viele Spiele. Mhm. Es ist einfach nur furchtbar. Aber es soll irgendwann erst drittes Quartal rauskommen. Ach, ja, Gott sei Dank. Hups, falsche Wand. Ich weiß gar nicht, wo ich mit den ganzen Spielen anfangen soll. Deswegen, ich bin froh, dass ich gestern, beziehungsweise diese Nacht noch, irgendwie, ähm, Avatar durchbekommen habe. Damit ich das aus dem Kopf habe. Damit ich mich jetzt voll auf Medieval Dynasty konzentrieren kann. Danke für den Follow-Shop, Spadi. Ja, Travelers Rest in 3D. Das auf jeden Fall. Da muss ich auch als erstes dran denken. Und dann halt die Grafik von Hydro-Nir. Sah echt, äh, cool aus. Aber das finde ich bei solchen Spielen, wie Echo, äh, Minecraft und, 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 eigentlich ganz cool. Du bist nicht unbedingt gezwungen, die Story abzuschließen, weil du irgendwas verpassen könntest. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Weil, man könnte ja jetzt sogar aufhören und hat eigentlich nichts verpasst, außer ein paar Gebäude. Ja, wobei ich schon gespannt bin, wie das hier mit der Geschichte so weitergeht. Ja, okay. Ich meine, ne, wir haben ja gerade die Aufgabe, so hier die Situation so ein bisschen im Auge zu behalten. Aber was da genau ist, keine Ahnung. Ja. Äh, soll wir schlafen gehen? Ja. Das Ding ist, ähm, es macht ganz viel Sinn, wenn wir immer direkt schlafen gehen, jetzt wo wir Bewohner haben, weil die arbeiten halt jetzt nicht mehr. Ja. Heißt, es wäre sehr ineffizient, nicht zu schlafen. Was ist denn Vulcanoids? Das heißt Vulcanoids, glaube ich. Okay. So, irgendwo hier habe ich doch schon angefangen, Bäume zu fällen. Wo sind sie denn? An der Kreuzung. Got'em. El Momento. Ich packe mir alle Spiele, die ich nicht kenne und angucken soll, immer auf die Wunschliste. Ach, das habe ich auch gespielt. Ich glaube, die Beta. Oh Gott, das sieht mir zu stressig aus. Ja, muss ich mir mal angucken. So. So. So, jetzt bin ich schon wieder fast voll. Und du hast ja einen frühen Morgen. Immer diese Alkoholiker. Furchtbar. Aber gut, einer von uns beiden muss ja arbeiten. Ja. Könntest du ja auch mal was tun, ne? Ich seh dich nicht am Lager bauen. Was? Ich hole hier Holz. Wir brauchen kein Holz, wir brauchen Stöcke. Ja, so kriegt man auch Stöcke. Gute Meht. Für Meht ist es nie zu spät. Mhm. Äh, nee, aber zu hoch, äh, zu hoch. Hm? Äh, zu früh würde ich sagen, ähm, ich trinke garantiert nicht auf Mittwoch einen Liter Meht. Äh, Dienstag. Ich wollte gerade sagen, wir haben bitte erst Dienstag. Mach meinen Urlaub nicht noch kürzer, als er sowieso schon ist. Ha, bei mir ist es noch anderthalb Monate. Oh, aber meint... Oh, aber mein... Ja, ich... Hm? Ja? Ich weiß gar nicht, wann ich das nächste Mal Urlaub hab. Na, ich hatte... Okay, ich hatte letzte Woche einen Funktionsurlaub. Der war aber nicht cool. Also, der war cool, aber nicht cool zur Erholung. Was genau ist ein Funktionsurlaub? Ich bin für eine Hochzeit nach, äh, Regensburg gefahren. Ungefähr 700 Kilometer eine Strecke von mir zu Hause aus. Das ist für mich Funktionsurlaub. Ich hab mir also, äh, die Tage vorher und danach Urlaub genommen, damit ich wenigstens ein bisschen Erholung hab. Mhm. Das hat aber auch nichts gebracht, weil, halte ich fest, mir ist was ganz Schlimmes passiert. Ich wurde von Kriechmücken gestochen oder gebissen. Und die haben zu einer allergischen Reaktion geführt, wodurch meine, ähm, Beine angeschwollen sind. So um das 1,2- bis 1,3-fache. Und dann konnte ich Dienstag und Mittwoch, äh, nee, Montag und Dienstag, äh, konnte ich meine Füße nicht mehr bewegen und konnte nicht mehr gehen. Hm. Kann ich mich jetzt wieder loslassen? Ja, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Haha. Das ist ja durchaus logisch, nicht unter dem Baum zu stehen, wenn er fällt. Oh ja, ähm. Ich wohne in der Nähe von Bremen. Wieso? Was? 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 Aber was ich eigentlich erzählen wollte, mein nächster Urlaub startet echt geil. Ähm. Oh, cool. Münster ist auch in der Nähe. Ja, das ist von mir ungefähr eine Stunde weg. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein bisschen weiter weg. Ähm. Das erste August-Wochenende, oh, Materiallager, äh, ist bei uns ein Festival, wo ich hingehe. Verdammt. Dann muss ich noch vier Tage arbeiten, dann fängt der Urlaub an, und der startet direkt mit der Sommerfeier von der Firma. Die haben einen halben See gemietet, und da wird ein Party hart gemacht, mit Alkohol frei. Und dann geht's in Urlaub rein, und die Woche drauf, den Donnerstag, geht's dann direkt, äh, auf eine Firmenfeier, äh, Schnitzeljagd. Wie geil. Richtig gut. Ja. Also es wird ein sehr alkohollassiger Urlaub. Ja, ich, ich merke das schon. Obwohl ich kein Alkohol trinke, also nicht so viel. Da kommen schon die Einschränkungen. Naja, dieses Jahr hab ich einmal Met getrunken, und das war's. Ja gut, das ist tatsächlich nicht so viel. War das nicht sogar im Stream? Ja. Ich meine, mich da ganz grob dran erinnern zu können. Oh, und auf der Hochzeit hab ich ein Glas Sekt getrunken, danach war ich echt so, uh, ich sollte Wasser trinken. Mh. Man reiche mir das Wasser. Oder halt auch nicht. Ja, meine Nichte ist durch die Gegend gelaufen und hat mir immer zu trinken gebracht, das war ganz cool. Hm. So, jetzt werden erstmal die ganzen Lager hier umgeräumt. Oh ja. Bedenke, dass nichts da rein kann, was verdirbt. Na ja, ich hab jetzt nur den Punkt Material ausgewählt. Man kann das auswählen? Ja. Hm, cool. Oben, die, in der Leiste. Ach so. Am Wochenende geht's nach Rainer auf das Mittelalter-Spektakel. Das hört sich auch mega geil an. Das hört sich tatsächlich sehr geil an. Bei uns war über Pfingst ein Mittelalter-Spektakel. Nein! Hm? Nicht. Ach so. Ich bin ein Mittelalter-Spektakel. 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 So, was bitte ist jetzt noch so schwer? Ach, die Eimer. Ein Wiesenschädel. Perfekt. So, ich habe mir das heute Morgen nur auf dem Handy angeguckt. Was hast du dir nur auf dem Handy angeguckt? Den Trailer von Tail Ale, Travern. Achso. Oh ja, ich gucke mal bei dir mit. Das sieht richtig gut aus. Oh. 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 Ja, das sieht tatsächlich sehr gut aus. Vor allem, ich kann aktuell nicht sagen, ob du da selbst bauen kannst oder nicht. Also, das Hausgebäude-Ding. Mhm. Aber das sah ganz lustig aus. Oh, was baust du denn da jetzt schon wieder? Ne, Jagdhütte. Ne, Jagdhütte. Ich hau mir mal Steine rein, damit brauchst du die nicht. Oh, uns fehlt ein Stein. Ein Stein. Ja. Ah, man kann es also nur erweitern, okay. Aber das finde ich auch okay. Ah, okay. Nice. Oha. Oha. Unser Heini haut ja voll rein. Wir haben 31 Holzstämme. Ja, ich habe auch 20 reingeschmissen. Oh, wow. Okay. 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 Oh, ich habe mir gestern ein Video 100 Tage Traveller's Rest angeguckt, ne? Alter Schwede kann man da noch durchdrehen. Glaub ich. Ähm, ich mache mal kurz Pause. Mhm. Mhm. So, hier sind doch bestimmt noch Stöcker, oder nicht? Man kann übrigens eine Demo davon testen. Das wäre mal interessant. Ja, das auf jeden Fall. Und, äh, ich habe etwas Lustiges festgestellt. Wenn du auf dem Boden liegst und aufstehst und du verschmutzt bist, dann kommt eine grüne Giftwolke. Ich hole Stroh. Mach das. Ich mache dann schon mal die Zuweisungen. Oh Gott. Das kann man schon machen, obwohl das Haus noch nicht fertig ist? Ja, solange man die Tür fertig hat, wo das Schild dran ist, kann man es machen. Wow. Oh. Möchtest du dich erklären, oder lassen wir das jetzt einfach so im Raum stehen? Ich hätte nicht gedacht, dass das mit einem Bauhammer funktioniert. Mhm. Das war schön. Freut mich. Ja, mich auch. Ich habe dich doch auch eben mit meinem Bauhammer geschlagen. Echt? Ja. Auch. Ich bin betrunken. Das ist nichts Neues. Für mich schon. Sabotage, 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 ich habe es genau gesehen. Ja. Frech. Tja. Was für ein Haus wollen wir denn als nächstes bauen? Ein mittleres. Nein, ich meine für Produktion. Ach so. Ähm, eine Werkstatt. Wobei wir die eigentlich auch noch gar nicht so dringend bräuchten. Wahrscheinlich würde es am sinnvollsten sein, damit wir das Nahrungsmittellager bauen können, dass wir, äh, ähm, Ja? ein paar Felder anlegen und die bestellen. Okay. Weil dadurch schalten wir dann das Lager frei. Ich mache die Felder mal hier hinten hin. Ja, tu dies. Ah. So, ähm, Hast du die Kupferhake mitgenommen? Ja, ich hab das komplette Menü leer gehauen. Okay, wo hast du die hingetan? Bei mir in den Rucksack. Würdest du mir diese einmal fallen lassen, bitte? Das wäre ganz fantastisch. Bitte schön. Merci beaucoup. Bitte, bitte. Brauchen wir den guten alten Speichel Speisermorchel? Na klar, ist was zufrieden. Okay. Vor allem brauchen wir Dünger. Wie kriegen wir das denn? Also entweder wir müssen Dünger kaufen. Oder wir scheißen alles voll. Ja. Okay. 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 Vielen Dank. Dein Ernst? Was denn? Brauchen wir einen Zaun? Absolut nicht, aber es sieht schön aus. Okay. Warum sind denn hier überall Hindernisse? Ich bin verwirrt. Das Feld geht doch nur bis hier. Hä? Vielleicht weil hier die Kante ist, du zu nahe an dem Feld gebaut hast? Oh ja, das kann sein. Das sieht besser aus. Hä? Das Ding ist, hier kann ich ja auch bis hier hinten hingehen. Ja gut, ist dann jetzt halt ein bisschen schief, ne? Hä, jetzt muss ich so schief. Passt zum Spiel. Ah, ich mach das nochmal weg. Ja. Ähm. Ich glaub, das machen wir, wenn wir die Felder besser sehen können. Ach, jetzt muss ich das alles einzeln wegmachen. Oh wow, ja, es war genau ein, ein kleines bisschen zu nah dran. Oh Gott sei Dank. Was? Ich dachte, ich hab das Feld abgerissen. Ich mach den Weg dann auch nochmal weg. Ja. Gut, dann, äh, ich geh mal eben in die Stadt und kauf Dünger. Äh, ich würde mitkommen. Muss ich noch was entleeren? Äh, dann können wir auch gleich wieder Zeug zum Verkaufen mitnehmen. Ja. Und vielleicht gleich jemanden rekrutieren noch. Ja, wir, ich hab die Bude hier leer geräumt. Dann ist gut. Äh, ich muss gleich noch gucken, ob ich da noch irgendwas, äh, Verderbliches drin hatte. Weil die Sachen hab ich jetzt hier natürlich nicht reingeräumt. Ja, lass dir Zeit, ich brauch ein bisschen Fleisch. Mach das, mach das. Ähm. Ähm, wir können aber mal eben gucken, ob wir nochmal schlafen gehen können. Weil, äh, sonst arbeiten unsere Dorfbewohner wieder nicht. Können wir gerne machen. verfügbar in acht Minuten. Oh, da können wir direkt loslaufen. Ja. Oh, die sollten genügend Wasser, äh, okay, die haben alles. Brauchst du ein bisschen gebratenes Fleisch? Nee. Naja. Das ist zu mir und haben wir die besten Glaubst du? Ich hab kein Essen an der Räufung, ich hab's auf Prozession. Prozession ist nicht. So muss ich gehen. Was ist das? macht es gleich so ach du stehst ja schon oben äh ja du hättest reagieren müssen wie ein echter Mann aus dem Mittelalter Vibe mach mir Essen ich geh mal eben was trinken das hat so gut gepasst hundertprozentig lauf die Städte sind aber auch weit weg von unserem Born hier wenn wir hinterher Pferde haben dann geht's wow ich war sonst immer nur fußläufig unterwegs oh ich frag mich was wir äh machen müssen damit die Quest mit Bleibwachsam mal äh weiter geht weil da da steht ja jetzt nur behalte die Situation im Ochsbau im Auge aber das steht bei mir halt auch im zweiten Jahr noch da auf der anderen Map äh vielleicht muss man sich mit den ganzen Leuten unterhalten und 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 hm normalerweise steht das dann da doch oder weiß ich nicht oder es könnte auch sein dass du erst ein paar Dynastiepunkte sammeln musst ja gut das kann natürlich sein mir wird schon wieder ins Ohr gestöhnt unfassbar das Ding ist ich weiß gar nicht bei wem wir hier Dünger kriegen so ich lass euch beiden mal einen Lurk da geh noch äh nochmal ins RP ne Runde RT2 wünsche euch einen schönen Stream dankeschön und dir ganz viel Spaß genau gleichfalls und viel Spaß vorher musst du aber noch ganz kurz erklären was für ein Charakter du bist bei mir läuft grad königliche und zünftige Musik mhm mhm Potsnumia who the fuck are you Unislaver oh das sind ja günstige Produkte wow man kann nicht so der hier hat auf jeden Fall schon mal keinen Dünger ok ah cool ja dann äh viel Erfolg und lauf nicht zu viel in der äh Sonne herum Apfelbaum Dung wie viel brauchen wir Dünger wie viel brauchen wir denn ähm vier würden für den Anfang wahrscheinlich reichen wobei wir uns überlegen sollten ob wir nicht auch schon mehr anpflanzen reichen 40 ja und dann können wir nochmal gucken was haben die denn da sonst noch für äh hat der noch Samen irgendwie die man pflanzen kann vielleicht Roggenkorn rote Beete saat warte mal eben ja das klingt gut Haferkorn Hopfen Karotten Kohl Leinen Mohn Roggen Weizen und Zwiebeln ähm dann nimm mal Zwiebeln mit und Roggen ach Zwiebeln äh Weizen hab ich Weizen oder Zwiebeln gesagt ich mein Weizen ok äh wie viel Weizenkorn ähm wir haben jetzt 40 Dünger dann mach mal 20 Weizen 20 Roggen wacha wacha waka waka ii ii ne wacha wacha waka waka take care oh god hi old friend hi old friend whatever you need i've got it oh essen my mother said she'll let me do that good luck why is bread so expensive one kid peed in my laundry how can I help you so long how are you äh i'm doing fine thank you äh einfacher Rucksack könnte ich zwei Stück von kaufen du hast doch schon einen ach so stimmt du hast ja einfach einen kleinen Rucksack ne ja und ich könnte einen großen kaufen aber dann hab ich kein Geld mehr sonst kauf dir einen großen und gib mir erst mal den kleinen ich weiß nicht ob zwei einfache Rucksäcke Rucksäcke besser wären das kann ich dir auch nicht sagen weil der große bringt nur 10 Kilo extra oder wir kaufen erst mal den klein weil der kostet nur 300 hat der noch ne Gürteltasche weil äh die bringt dann nochmal Zusatzgewicht was du tragen kannst ja ich gucke guck grad ob der auch irgendwas außer die ganz große hat Gürteltasche die bringt nochmal 4,5 Kilo dazu äh irgendwas bei unseren Menschen funktioniert gerade nicht ach so das ist nur dass in der Jagdhütte keiner ist und in der Werkstatt dass sie nicht gebaut ist okay das ist egal keine Zuweisung beim Brunnen hä das ist doch eine Zuweisung oh du musst du musst ihm sagen dass er oh mein Gott ich muss ihm sagen dass er Wasser fördern soll oh mein Gott ja und ich kann das nicht ziehen heißt ich muss das über diese Plusregler machen dafür bräuchte man ja jetzt irgendwie einen Autoklicker einfach nur eben draufhalten jep sonst ich habe einen Autoklicker gestartet ich könnte das eben machen äh das wäre super muss nur noch für Herbst und Winter machen ja und du entscheidest mal was oh du hast nicht gespeichert oh doch just dance Okay. Oh. Ein Herz für einen Stein. Ein Herz für Steine, so. Was kann ich für dich tun? Ich habe alles, was du brauchst. Wenn du jetzt rauskriegst, Leute fahren Hörsen mit zwei großen Hörtern auf ihren Becken. Ist das das? Sonst holst du zweimal den einfachen Rucksack. Das ging zweimal, oder? Dafür hattest du genug, glaube ich, oder? Äh, nee, mir fehlt da... Warte. Sonst kann ich mir auch selber gleich eben einen Rucksack holen. Dann kannst du dir den großen holen und ich hole mir auch einen großen, weil ich habe genug Geld dafür. Ah, für den großen fehlt mir drei. Oh, wow. Jetzt nicht mehr. Okay, ich habe mir die großen geholt. Mhm. Oh, dann kann ich einen kleinen ja noch verkaufen, oder? Äh, ja. Oh, 24 Münzen dafür gekommen. Wow. Ich muss eben 30 Steine abliefern. Oh mein Gott. Mhm. Du hast wasted, yo? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt läuft der vor mir weg. Okay. Cool, wir haben eine Quest gemacht. Hey. Bup, bup. Mäp, mäp. Mäp, mäp. Okay, ich bin überfordert. Aber dann auch dir Glück auf. Hm. Ja. Hm. Hm. So, wo war jetzt der große Rucksack? Ach, einfacher großer Rucksack, da. Junge, die ist jetzt reich. Oh ja, aber so richtig. Glückwunsch. So, jetzt brauche ich da nur noch. Äh. Warte. Jetzt brauche ich, brauchen wir da nur noch 600 Gold jeweils, damit wir uns dann noch die große Gürteltasche dazu holen können. Ja, wollen wir dann ein wenig hier in der Umgebung gucken, ob wir vielleicht noch eine, zwei Ruinen finden? Ich weiß, wo eine ist. Okay, lauf vor. Was kosten eure Kacke? Moment. Will ich wissen, was passiert ist? Ich hab meine, ähm, Tastatur vollgekrümelt. Aha, also passiert das nicht nur mir. Naja, immer noch besser als Kaffee. Ich wusste es. Hm, möchtest du von deinem Mauspad erzählen? Also, ich hab da eine Ruine gesehen, da müssen wir mal ganz dringend vorbeischauen. Das war so klar. Nja, ich hab da eine Ruine gesehen, da müssen wir mal ganz dringend vorbeischauen, da müssen wir mal ganz dringend vorbeischauen. Nja, ich hab da eine Ruine gesehen, da müssen wir mal ganz dringend vorbeischauen. Ah! Da ist er schon wieder am Looten. Selbstverständlich. Und da hinten die Flasche lässt er natürlich stehen mit dem Ausdauertrank. Ah, ich hab schon genügend Flaschen eingesammelt. Willst du noch ne Ruine besuchen? Ja, gerne. Ich mein, jetzt haben wir ja genug Platz im Inventar, ne? Jo. Jo. Kann nur sein, dass uns gleich wieder Wölfe begegnen. Oh no. Das hier wäre der andere Spot gewesen, an dem ich die letzten Male immer gebaut habe. Also das da hinten gleich an dem Wasserfall. Mhm. Wo auch Topi und Kronk bauen. Ah, okay. Oh, ein Lager. Mhm. Und da oben ist noch ne Ruine. Nice. Oh, auf der andere Seite ist auch ein Lager. Sehr gut. Dann können die Banditen ja gar nicht so weit sein. Oh, Barsche. Äh. Äh. Hm? Da standen ganz viele Fischerspeere. Oh. So, wo hast du hier das Lager gesehen? Ah, hier drüben. Ich durfte. Oh, wow. Ah, ich bin ein wenig überfüllt. Ja, ich glaube, das hier gehört noch zu dem anderen Lager da drüben. Da war nämlich nichts mehr drin. Ah, okay. Okay. Oh, die Wildschweine könntest du auseinander nehmen. Mhm. 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 Aber. Mhm. 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 Hannover. Jupp, das war's. Okay, super. Also ich reise jetzt gerade mit Maximalgeschwindigkeit. Da vorne ist ein Bär, da möchte ich gerne nicht weggehen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da ist eine Raubkatze. Oder ein Puma. Das ist ein Luchs. Aber ja. Super Raubkatze hast du da. Ein Fässchen. Oh, stimmt. Zwei Fässchen sogar. Oh, mit Roggen. Und ich hab Roggenbier gefunden. Uh, super. Also wir könnten jetzt noch mal in die Stadt laufen. Ich glaube, ich könnte ordentlich was verköfen. Ja, einverstanden. Okay. Ähm Ähm Könnte es sein, dass sie ein bisschen langsam sind? Immer auf gleich ein kleines bisschen, du Hm Das ist natürlich äußerst doof Ja Mach ich hier ein bisschen Sidewalking Mhm Auf der kleinen Insel da drüben ist übrigens Gut Ton, falls wir was brauchen Ah Nice Als nächstes können wir in unserem Dorf Neben dem Lebensmittellager Beziehungsweise der Scheune Dann hinterher auch Äh Den Grabungsschuppen bauen Der kann uns dann nämlich Stein Kupfererz Ähm Stroh Ton Ton und Kalkstein besorgen Oh Gott Kann der alles Viel Kalkstein brauchen wir Ähm Also das hat den gleichen Effekt wie Tonbewurf Nur dass du Kalkstein bei Steinhäusern drin machen kannst Und Tonbewurf nur bei Flecht und Holzhäusern Ah ok Was kostet eigentlich so ein Pferd Zu viel Ok Ah You have returned Be safe So Jetzt kann ich mir noch eben die Gürteltasche kaufen Jo Kann ich auch eben fix machen Hä Wo ist die hin Ach jetzt muss man die im Feierabend stören Mhm So aber jetzt kann ich allein schon 70 Kilo tragen Du kannst 70 Kilo tragen Mhm Ach du hast dieses Ding ins Kirchen ne Yep So Ähm Vielleicht können wir schauen ob wir hier noch einen Jäger finden Für uns Oh kitt okay Ich glaub Otto hatte Jagen Stufe 3 Ja hier wird aber keiner sein der bei Gewinnungen ein bisschen besser ist Stufe 1 Stufe 2 Stufe 1 Ja sonst würde ich den Theo bald mitnehmen Ja Du kannst übrigens alt gedrückt halten um zu sehen was für Fähigkeiten die haben Jo Okay gut Äh Das da Wo sind alle die guten Jägeren gone So der darf als Jäger arbeiten Dem müssen wir dann nur noch äh ein Messer geben Ansonsten kann er nämlich nichts machen Okay ich glaub da sind irgendwie drei oder vier Bronzemesser in den Dingens Kirchen Ja Dann können wir uns auch nach Hause machen Okay Da läuft er Der Theo bald Oh Die Ruinen hatten wir schon ne Ja Was Hier links die Ich weiß es nicht Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser Ne 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 alt entfernen drücke ich nicht Keine Sorge Ja Äh geradeaus ist ne Truhe Wo Oh Oh Na halt Schaufel Nice Gut dass die Elche hier nicht aggressiv sind Mhm Im echten Leben würde ich mich hier nicht bewegen Absolut gar nicht Das wär dann so ein einmaliger Elch Elch Test Und Das war's dann Ich muss immer an die Elche aus Bärenbrüder denken Ich blicke Wat bat du nit blickst Oh Gott So jetzt noch schnell was saufen Und dann gehen wir schlafen Weil hier sind Hier arbeitet schon wieder keiner Fegt der da gerade mit ner Fackel Ja Fegt doch nicht Der läuft Ne guck mal bei mir Oh Okay cool Yay Oh Sorry Uh Uh Was, was, was suchst du? Doch, nix. Hat das funktioniert? Ja. Okay, ich habe noch einen Eimer bei mir rumfliegen. Das ist gut. Dann würde ich ihm ein bisschen Käse bringen. Den guten alten Schimmelkäse aus der Truhe. Lecker. Nom, nom, nom. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich habe mal alles, so Dünger und, und, und in die Truhe reingeschmissen im Materiallager. Mhm, dann nehme ich mir das da gleich raus und mache eben die Felder fertig. Jo. So, ähm, die ganzen Messer, die sind wahrscheinlich in der Truhe, ne? Ja, perfekt. Dann nimmt der Jäger sich die dann nämlich von alleine raus. Ach, sauber. So, Dünger und Säckchen. So, und dann, wir haben 20... Ach, das war gar nicht so schlau. Wir hätten vier, äh, 44 Dünger mitnehmen müssen. Oh. Naja, egal. Ich hab doch grad Dünger ins Inventar getan. Ach so. Okay, vergiss, was ich gesagt hab. Anscheinend muss ich die, äh, Plantage selber nicht... Äh, mit Dünger vollmachen. Ich nehm mal noch... Ja, doch, musst du. Du, äh, pflanzt, glaub ich, erst an und dann... Äh, ja. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Dann werden wir diesmal einmal ausprobieren. Äh, Kirsche. Kann nicht erkennen, wo hier die Felder sind. Oh. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir haben nur zwei davon. Hoppala. Ich wollte... Nee, wir müssen den nicht düngen. Ich wollte dir eigentlich helfen. Mmh, tolle Hilfe bist du. Ganz toll. Ganz klasse gemacht. Tüdelü. Dass du das auch einfach so abreißen kannst. Oh. Jetzt brauchen wir Dünger. Mmh. Cool. Oh, warte, das war zu groß. Mach das hier noch nicht. Wirklich. Er, das war's. Das war überhaupt nicht. Ihr Mann. Oh, warte, das war mir. Oh, warte, das war mir. Nee, das war mir. Oh, warte. Besser wants mußt. Ich geh vor mir. Die war mir. Ja? Oh, das war mir. Ich geh. Ich war mir. Oh, warte. Wie gehen. Das war die Holzhake. Aber wir machen gerade richtig gut Level. Ja. Beziehungsweise Landwirtschaftspunkte sind ja keine Level. Ja, allein durchs Haken haben wir keine Ahnung, zwei Stufen oder, ja. Und jetzt verteilst du ein bisschen Kacke und du kriegst gleich richtig gute Sachen. Mhm. Oh, muss das nochmal gepflügt werden? Ja. 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 Na ja, dass ich beim Kacke streuen schmutzig werde, war mir irgendwie klar. Hast du gerade gelacht? Nein. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das der Wahrheit entspricht, was du gerade gesagt hast. Ich weiß nicht, ist so ein ganz komisches Gefühl irgendwie. Ah. Oh, ich habe Diplomatie. Was sollten wir dann nehmen? Ähm. Ähm. Ich glaube, auch da macht es Sinn, dass wir erstmal nehmen, dass wir mehr Erfahrungspunkte kriegen. Und hinterher müssen wir dann auf inspirierende Rede oder so gehen, damit unsere NPCs hier besser arbeiten. Okay. Deswegen müssen wir die ganzen Quests bei den Dorfbewohnern und am Anschlagbrett eigentlich immer machen. Ähm. Ja. Damit wir Diplomatie weiter hochleveln. Ja. Relativ wichtig. Und die Dynastiepunkte bekommen, ne? Ja. Wieso kriegen wir denn jetzt die Punktierhaltung? Ähm. Weil das mit zur Landwirtschaft zählt. Ah. Ne. Weil der Hühnerstall freigeschaltet worden ist. Achso. Ja. Hast du alles fertig gemacht? Äh. Wo hast du da Roggenkorn? Und Weizen? Ähm. Weizen. Weizen. Wo hast du denn das Weizen hingetan? Bist du? Auch da rein. Roggen. Ach, Weizenkorn da. Habe ich noch Leder. Habe ich noch. Perfekt. Und. Cool. Roggenkorn können wir noch nicht anpflanzen. Das können wir erst im Herbst anpflanzen. Na toll. Steht bestimmt auch im Beschreibungstext drin, ne? Wahrscheinlich. Hm. Cool. So, jetzt können wir aber eine Scheune, ähm, ein Feldschuppen und ein Nahrungsmittellager bauen. Was macht denn ein Feldschuppen? Ich habe absolut keine Ahnung. Gut. Aber es gehört irgendwie dazu. Ich glaube, da kann man festlegen, wenn man dann NPCs hat, die das machen, wann die was aussehen sollen. Mhm. Weil das kannst du auch noch alles festlegen. Ja, hatte ich schon gesehen. Du machst gerade das Lager, oder? Ja. Ich dachte, hier passt das ganz gut in der Nähe von dem Jäger. Und. Oh, was hast du denn da? Die Scheune? Mhm. Hier hin? Achso, Moment. Die geht nach vorne und nach hinten raus. Dann würde ich die vielleicht so rum platzieren. Bisschen noch von der Plantage weg. Damit man auch noch Platz zum rausgehen hat, so ungefähr. Ja, ich würde noch weiter zu dir. So? Ja. Dann können wir nämlich den Feldschuppen, ähm, hier hin machen. Ja, den würde ich fast mittig vom Gebäude machen. Ja, wir können noch einen Kompost dann daneben setzen. Ah. Deswegen würde ich den dann da hinsetzen für den Kompost. Da brauche ich nur, glaube ich, direkt schon im Inventar die Materialien. Ja. Ich brauche acht Holzstämme. Die sollten wir, denke ich mal, haben. Nee, die haben wir locker flockig. Habe ich mir gerade nicht acht Holzstämme rausgenommen? Das kann ich stehen jetzt so. Ich habe mir Holzbolzen rausgenommen. Bitte was? Ich bin auch so ein Intelligenzbolzen. Mhm. So. So. Ich bin einfach einfach Schluck. Ich bin einfach mit dir. Ich bin einfach gesprungen, aber, ja. Ich bin einfach immer ein Datei. Ja. Ich bin einfach sicher. Und ich bin einfachANGIT. Und du bist so. Und du bist es so. Hier liegen auch nirgendwo mehr Steine rum. 20 Steine, wie viele brauchst du bei dir? Ich brauch noch zwei. Und hier brauchen wir noch 10, also noch 32 Steine. Alter, ich geh mal eben baden und was essen. Okay. Ich mach jetzt erstmal ne Dreiviertelstunde den Pausenscreen an. Oh wow. Hey. Hey. Danke schön. Jetzt esse ich in echt auch noch was. Oh, Schweinerei. Weiß gar nicht, was du meinst. Ich hoffe, sie hat den Stream nicht gehört. Dann möchte ich mich für meinen Kommentar von vorhin entschuldigen. Deswegen du wahrscheinlich jetzt gerade Essen bekommen hast. Ne, ne. Okay. Dann ist ja schon mal... ... ... ... ... Wenn jeder weiß, ein bisschen Schubladendenken hat noch nie geschadet. Mhm. Was gibt's denn Feines? Lass mich raten. Pizza? Ne, nur ein Brot mit Salami und Gurke. Oh, geil. Oh, geil. Und ein Hund, der hinter mir sitzt und was abhaben möchte. Ich glaube, das ist dieser geschenkte Bonus von dem Brot. Mhm. ... ... ... ... So, ich hab alle Steine. Sehr gut. Hey! Oh. 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 Das macht er schön Dankeschön Mhm, mhm Mhm, mhm Hm Untertitelung des ZDF, 2020 Soll ich dir die Welt gleich, wenn wir fertig sind, mit Streamen noch eben anlassen, dann kannst du noch Videos machen? Ja, gerne. Das hätte ich so oder so gemacht. Weil wenn ich aus dem Spiel rausgehe, ist die Welt auch zu, deswegen. Ja. Okay. Soll ich... Oh Gott, das ist schon ein Viertel vor 10. Mhm. Krass. 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 Dauert das lange. Hm? Ich sagte, dauert das lange. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann müssen wir jetzt nochmal ein paar Bäume fällen Wahrscheinlich allein schon wegen Stöcken, ne? Äh, ja Aber es ist wirklich gut, dass wir hier fast einen reinen Ahornwald drumherum haben Ja, bei den ganzen anderen Bäumen kriegst du ja irgendwie nur zwei Stämme oder drei raus, ne? Ja, genau Oh Gott Birken sind so das Schlechteste Deswegen habe ich mir überlegt Äh, deswegen wollte ich auch hier an der Stelle jetzt ein Dorf aufbauen Weil an der anderen sind halt wirklich fast nur Birken drumherum Oh, da kriegst du einen Anfall bei Ja, gerade für den Anfang ist das halt mega anstrengend Du musst ultra viele Bäume fällen Mhm Und verbrauchst ein Dreiviertel der Steine dann für Äxte Das ist ein bisschen doof Vor allem, was wir jetzt schon an Laufwegen haben Ja Oh, hier fängt ein Birkenwald an Mhm Ist das angenehm, wenn man so viel tragen kann Ja Nur mal so als Frage Die Ruine hier haben wir aber schon leer gemacht, oder? Warte, welche Ruine? Die hier direkt gegenüber von uns ist Ja, doch, 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 doch Da waren wir schon Okay Ja Oh, wie angenehm ist denn das Dass das da automatisch die Axt austauscht Mhm Schlafen Ja Hm-hm-hm. So, I'm on my way back home. Yay. Ja, ja, ich weiß, ich hab Durst. Achso. Oh ja, ich auch. Ja, ich geh ja schon was trinken, ist ja gut. Wie macht man denn Screenshots bei Epic? Ja. 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 Okay, ich hab grad ein Windows Screenshot gemacht. Wie funktioniert das? Okay. Lol, ist das scheiße. Was? Hm? Weil Epic das nicht unterstützt. Windows umschalt S. Kannst du nicht einfach Druck drücken? Ja, dann macht er nur... Äh... Ja, ne, auch nicht richtig. Sollen wir ihm schlafen gehen? Äh... Ja... Moment, ich lauf nicht zurück. Weil unsere Menschen sind schon wieder unproduktiv und tun nichts mehr. Ja. Geht ihm gar nicht. Ja. Ja. Das faule Puck. Absolut. Gut. Ooh. Nvidia hilft. Woher? Ja. Das ist schön. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich hab übrigens mal vorrangig mit dem Nahrungsmittellager angefangen, damit wir, äh, damit der Jäger seine Waren mal los wird. Oh ja. Ist sehr intelligent von dir. Oh, jetzt ist dieser Kackhammer schon wieder kaputt. Hm, ja, bei mir auch. Ich muss mir gleich erstmal einen neuen machen. Und ich hab nicht mehr genügend Stöcke. Kenn ich. Fühl ich. Ähm. Ähm. Was? Auch raus? Äh, auch nur, nur Stöcke, die geflogen sind. Oh. Also einer ist so hochgehüpft, ist runtergefallen, auf den anderen drauf und hat den anderen mit hochgezogen. Hehe. Okay. Komische Spiel. Das fällt dir jetzt erst auf? Nicht schon bei den Vanditen? Äh, du, äh, du, die haben sich doch völlig normal benommen. Hm. Kann das sein, dass unser Holzfäller keine Äxte mehr hat? Äh, eigentlich schon. Also eigentlich müsste der noch welche haben. Die Truhe ist leer. Oh, dann hat er keine mehr. Äh, weil noch meckert er nicht. Dann hat er wahrscheinlich eine Achse im Inventar oder so. Oh Gott, Wildschweine. Okay, ich sammle mal ein bisschen Steine nebenbei. Ich distanziere mich. Ja, das glaube ich ganz gut so. Hier oben ist einfach schon alles weggerodet. Ja. Ja. Ach ja, ich hab ja kein Holzhammer mehr. Intelligenz-Bolzen. Blöd, Mann. Blöd. Mach! Mann. Mann. Das war's für heute. Haben wir noch Stroh oder müssen wir ein neues sammeln? Äh, ne, davon haben wir noch, ich glaub, über 200. Das ist gut. Also das sollte lange reichen. Oh Gott. Kommentar von Zuschauer, was 20 Jahre ihr dem Wortschatz antun. Nun? Ja. Du musst aus Streamclips Germany gehen und so lange Clips bewerten für die 264. Folge, bis meiner auftaucht und den mit 5 Sterne bewerten. Okay. Viel Spaß dabei, sie werden den ganzen nächsten Tag etwas zu tun haben. Oh Gott. Wir sind schon bei 2 Sternen. Wie viele braucht man so im Durchschnitt? Weiß ich nicht, aber die Bewertungen sind alle... Also, ich weiß nicht, da sind halt auch relativ viele Clips bei, die halt wirklich einfach nicht lustig sind. Okay. Okay. Ja. Einfach best try und rein da, ne? Mhm. Deswegen... Hast du deinen von gestern da eingespielt, oder was? Ja, genau. Deswegen. Also, wenn du mal zwischendurch Langeweile hast und dich da durchklicken möchtest, wäre ich dankbar, wenn du bis zu meinem Clip klicken würdest. Gott, ist das nicht random? Ja, ja, deswegen, ja. Du musst alle... Also, wenn du Pech hast, musst du alle Clips durchklicken und bewerten. Oh Gott. Mhm. Das wäre schon lustig, wenn ich in der Folge auftauchen würde. Das würde ich extrem feiern, tatsächlich. Ja, dann musst du Bescheid sagen. Dann machen wir hier Spot Scream. Oh ja. Den gucken wir uns auf jeden Fall an. Dann machen wir das, äh... Moment, ich glaube, diese Woche kommt 263 raus. Das wäre für nächste Woche dann. Nächste Woche Donnerstag, äh... Machen wir dann, äh... SCG gucken. Das können wir auch... Eine Folge SCG vor Medieval Dynasty... Ja. Aber dafür muss ja erst mal drangenommen werden. Ja, aber allgemein ist das eigentlich immer ein sehr lustiges Format. Oh ja. Das können wir grundsätzlich mal machen, dass wir uns, äh... Also, wenn wir zusammen streamen an dem Donnerstag, dass wir uns vorher eben die neue Folge SCG zusammen angucken. Ja, weil... Das mach ich eh. Ja. Einverstanden. Oh, und es ist manchmal so lustig, ne? Ich hab... Ich hab heute Twits, äh... Clips gesehen. Ich hab mich fast bei Pist vor Lachen. Ja, die... Das kenn ich. Das ist schlimm. Oh, und die eine, die... Da muss ich ganz oft an dich denken. Die hat, glaub ich, schon ihr halbes Streaming-Equipment, äh... zerstört. An mich? Ja. Also, bitte! Ja, ich glaub, die hat schon... In der Zeit, wo die auf Twitch-Clips auftaucht, hat... Oder Stream-Clips, hat die schon, ich glaub, drei Tastaturen geschrotet. Ich finde, die ist eine bodenlose Unterstellung und absolut nicht in Ordnung ihrerseits. Bitte entschuldigen Sie sich bei mir. Okay, verständlich. Wir haben jetzt alle Gebäude fertig. Echt jetzt? Äh, ja. Crasse Scheiß. Da müssen wir ja von dem Jäger nur eben noch umräumen. Weil die räumen das, was bei denen in der Truhe ist, nicht von alleine um. Ah, okay. Gucke ich mal, was hier noch unter... Okay. Hier ist gar nichts drin, weil der Jäger falsch eingestellt ist. Glückwunsch. Oh ja, Hardware-Fernichterin trifft es sehr gut. Rech. Also nicht du. Die Dame aus dem Stream. Hm. So, so passt das. 60-15 muss ich einstellen. Äh, nee, gar nicht. Doch, 60-15. Weil der Jäger rafft es nicht, dass er zuerst Fleisch sammeln soll und dann daraus Trockenfleisch machen soll. Nein, der versucht direkt Trockenfleisch zu machen, was nicht funktioniert, wenn kein Fleisch da ist. Oh mein Gott. Deswegen, wenn du Materialien hast, die weiterverarbeitet werden sollen, wie jetzt zum Beispiel das Fleisch zu Trockenfleisch, brauchst du immer ungefähr ein Fleisch mehr, als du Trockenfleisch hast, bei Gesamt pro Tag. Oh, ist das dämlich. Das ist beim Holzfäller genauso. Also wenn du Bretter machst, dann musst du gucken, dass du mehr Stämme hast als Bretter. Als du für die Bretter brauchst du. Ja. So, ich hab jetzt mal meine Ladentruhe leer gemacht. Ja. Ich mach dann mal meine Truhe bei mir, beziehungsweise beide Truhen bei mir leer. Nice. Aber ich würd' mich jetzt auch langsam verabschieden. Mhm. Das ist schon kurz nach 10. Absolut verständlich. Ich räum' auch nur noch mein Lager eben um und dann mach' ich auch Feierabend. Dann rück' mir noch fix wen raus, den ich noch raiden kann und dann... Oh, dann raide ich eben zu dir rüber und dann... Kannst du die Leute weiter schicken. Ja, perfekt. Machen wir so. Das passt perfekt. So. Aha. So. Ey, flüchten gibt's hier nicht. Oh, ich hab' dich Marone geschrieben. Das passt nicht. Nee, das funktioniert nicht. Ja, ich wünsch' dir auch ne gute Nacht auf jeden Fall und ich verabscheue mich jetzt. Ähm. Verdammt. Ach, guck mal, zwei Dinge, die wir gemeinsam tun. Und dann wünsch' ich euch einen schönen Abend noch und danke fürs Dabeisein und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Morgen spielen wir dann wieder Traveler's Rest. Oh, verdammt. Der Holzschuppen hat kein Werkzeug mehr. Genau, dann spielen wir morgen Traveler's Rest. Und dann gucken wir einfach mal, wie es da weitergeht. Und so wünsch' ich euch einen schönen Abend, angenehmen Abend. Danke fürs Dabeisein. Gute Nacht euch allen. Und auf Wiedersehen. Ciao und viel Spaß bei Manni, die euch gleich weiter schicken wird. Bis zum nächsten Mal.